So 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 Machen wir weiter Texture Pack Challenge oder? Ja sicher können wir machen Okay Aber machen wir lieber so dass Barthi auch mitmachen kann Weil er kann nicht mitmachen Weil sein Internet halt nicht so gut ist Dass es sich unter der Runde was herunterladet Und deswegen wäre es besser wenn Er jetzt bei mir zu machen Jetzt mal wenn wir Gewinnen die Runde Müssen wir ein Texture Pack ändern Okay Ist das okay? Ja Magst du mich party in the mode? Ja mach ich Okay dafür müssen wir Das wird Stefan Mboin Luxu Das war krank aber jo GG Wirst du ne Party dran? Ja Mach mich Er hat Keine Oh warte ich bin nicht mehr Party Dann Ja aber warte Kann ich ja Party machen Okay Warte aber ich lad mir jetzt schnell den Pack runter Erstmal blind sein Ja je nach der Runde Ja je nach der Runde Musst du erst wechseln Weißt du wie wird das geht Warte Ja ich hab grad gar keines drin für Ja das also wenn es hat mir die Schritte wie wie ist du ein random pack bekommst Ja Bist du gerade mit Levi Madonna oder Ja Ja Dann gehst du nochmal auf texture packs Ja und dann search und dann Ne nicht search random pack wenn du auf random pack klickst dann bekommst du irgendein Pack Okay Okay Und das das Donut ist wieder nach der Runde Da machst du es rein Okay Oh so okay ja verstanden Oh ich muss mal schnell ich muss mal schnell was machen Aber ich glaube auf Anfang mache ich erstmal die zwei Packs die ich habe oder weil dann ist es egal also jetzt habe ich nichts drin Und dann kann ich die Zeitpacks rein machen Ja ich habe auch gerade nicht das drin was ich drin haben sollte Ich habe die Faltungen Ja gut ich habe in ihrem Fall Beikert X-Pack Keine Ahnung warum Hab Bock drauf gehabt Hab Bock drauf Hab Bock Ich glaube ich muss nur noch eins runter Also hab runtergeladen Der eine deine deine von vorher Wer ist wer wie hier wie heißt er Ähm join BW oder join Krupp Oh nein ey 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 Was ist der was gewaged ist Ja Ach nee Nee der ist nicht in der Runde Oh Gott Alter Hast du dich verkrückt oder was Nee ich meine nur Ich wollte nur einfach so was sagen Aber wie traurig muss man sein und sagen Bogen ist scheiße aber selber mit Bogen spielen Ja Lass mein Luca Ne am Ende hatte dann noch mit Bogen gespielt und hab mich in Koppel gesetzt und gespammt Und dann sagt man auch ja zu deinem Namen müssten wir eigentlich gut es geht äh zocken Ja Aber es macht der Name aus wie man spielt oder so ich finde das voll sinnlos Und dann Und dann sagt er zu dir auch noch so äh oder er prüft halt noch deines Kursgesetz Ja und dann hat er meine Kursgesetz und du weißt dass ich halt kein Kursgespiel und keins kann Und so Und da hab ich ihn in der Nuller KT und dann und dann hat er irgendwas anderes gesagt und dann hab ich mir noch gedacht Bro 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 sie sogar in der Aufnahme er hat uns zu tun M Grönlichkeitscheidung und das ist das Leben was ist das Bild also sie wird ein Stück zugeschrieben dass ich wieder mal stehen wieder mal ja ich habe ich habe nichts verändert außer ein 5 das schrieb und das ist das mit dem Kasten weil ich habe ich letztes Mal verlinkt dazu ja letztes Mal hat er dann Banner und die Mannheim er hat mich hier nebenbei auch beim Einkommen als ob das grün jetzt ich habe noch Kanzlein gemacht also jetzt muss ich müsste mir noch Kanzlein machen ich habe ich habe den Block platziert er hat dann einfach so nach unten aber nicht Prozent da kommt wer dich hat halt auch einer geschlagen ne ja ich weiß schon ich bin aber nicht geflogen unter der Luft ich bin jetzt hier oben bei Blau wo ist der? oh das kommt gerade einer zu uns äh grün kommt zu uns ja ich sehe schon auf der anderen Seite auch auf der zweiten Seite vorne ja frontal ja frontal habe ein der eine ist da nein ich bin da was bringt sie ihn? ja alles klar alles ja er ist komplett raus Peter schreibt einfach auf Partei seit wann statt der PC so gar nicht so schlecht ist ja ja Peter 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 oh ne haha kann das sein dass weil nicht er stript sondern ich ja das hat ja irgendwas mit dem Internet zu tun oder nicht? ne auch mit dem PC und so ja aber Internet ist glaube ich Hauptsache oder nicht? ja aber Peter also dich habe ich lange nicht mehr gesehen ich habe auch lange nicht mehr an dir gehört ich bin bei dir du also der Peter war mal aktiv äh zuschauer jetzt naja genau wer ist bei dir aktiv ja bester Opfer zähl dich oder? äh spielt spielt Geld mit Bo? ich hab keine Ahnung ähm ich guck grad ich bin grad über ihn die hab ich anscheinend noch nicht bemerkt da sind schon ein bissel Bull wir haben ne Ender-Chats zumindest äh ja ich seh sie sie ich bin da ja holst du nice juhu sogar mit Heinrich hat zu überleben das war nicht mal geplant alter das ist ein bissel Lachsache weil ich mit Heinrich hat zu überleben oh der ist sozial ich warte ich hab hier was für dich kurz im Nick und nur was für dich ähm äh ja hab ich auch hier hab ein nice dann geh ich zum Blau Blau kommt das erste Mal zu uns cool ähm ja gut ich glaub die wollen alle Stress hoch ich wollte grad nicht ab der zweiten der dritten bekomm ich nicht doch bekomm ich ab Team das sind drei Leute komm mal am besten wieder zurück komm mal am besten wieder zurück ja warte 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 ich hab zwei Herzen dazu da oben ist einer zwei ist einer da ja ja ich hab's brauchst du Gold ich nehm das Gold einfach für die Gegner der ist da oben da der hat nix ja der eine hat mich runtergelegen ja komm leck äh mein ist Babette ja okay da war noch einer wo ist da waren da nicht drei oder sind die alle okay sind alle tot ja nicht ich mag das ich mag das die da so fiea das ist echt scheiß so fiea ja 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 hast da ich jetzt gefühlt ob der wirklich auf jedes Video ein Dix-Dislake gelassen hat ha wie ist das hat der wirklich auf jedes einzelne Video was ihr bis jetzt habt ne nur auf den Livestream ist mir aufgefallen Es ist einer da, oder? Da ist ja einer. Meiner. Ey! Das war doch deiner. Hä? Wieso? Unser Maid lief's. Komm, das reißen wir. Ich hab beste Spitzhacke, wollte ich nicht sagen. Ich hole noch ein paar Kopfhöps. Ich bin gerade unterwegs. Glaubst du wirklich, ich spiele nicht mit Kopfhöps? Warte, ich esse nur kurz und bin unterwegs. Bin gleich hinter dir. Ich hab's. Fünf Kopfhöps müsste reichen. Hoffentlich. Da hat sich einer eingebaut. Das hat wirklich geklappt. Ich hab's gesehen. Bin ich auf deinem Weg? Ja, ähm, da geht ein bisschen Party ab bei mir um. Ähm, das war so blau. Mach auf, mach auf. Alter. Komm, spreng das. Wenn es gesprengt ist, dann komm rauf. Arbeiten. Ich hab einen gekillt. Hab den zweiten. Hey, da wüsst du mir nicht schon mal rein. Ah, moin. Ah, moin. Punkt, 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 Punkt. Weg. Bed-Game. In this Bed-Game. In this Bed-Game kann man nicht einmal GG schreiben. Die haben sogar fast gewonnen. Neue Runde. Oh, warte. 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 Okay, das hört sich nicht gut an. Ich muss mal gleich herrunden haben. Hm. Kann ich neue Runde, oder? Ich hab das Gefühl, nein. Was? Das kommt tot, Peck. das ist einfach random gestern gezogen ja alles klar das tut doch weh mach's rein das tut ja wie weh echt das erste ist wirklich das ok ich aussehen ich hab gedacht mein Kampf ging crash weil hab ich aussehen Ordner geöffnet scheiße mach's das rein gut ne ich mach's gerade also ich stelle und gerade das kann dauern und wieviel im B Florian Kreise äh weiß jetzt nicht wie er das hatte warte ja gut Greise guten Tag wie geht's dir der wünscht sich auch mal das gute Qualität ist das gute Qualität bei euch die DNA du kannst mitspielen aber wir sind halt da auf Gomme also weil auf Gomme irgendwie keine Ahnung Bock auf Gomme also auf Revee gehen wir garantiert nicht ne ich hab keinen Bock auf herumschwitze ne der Nightbot macht wieder wir bahn 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 stell dir mal vor der Nightbot schickt den Link und der Bahn sich selbst he 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 eh ja hast du jetzt das Pack herunten so 30 im B 5 Jahre auf mein Sucht 50% auf mein Sucht sind da extrem viele Hacker ja lieber auf Gomme ja ich weiß aber vollständig aber auf Gomme Bahn das ist das ach so ja hat er nen Alt oder ach scheiß auch der Hack oder ja aber ich mag meine Sucht irgendwie generell nicht ja 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 ist jetzt ja nicht herunten das Hacker Pack manchmal ist es nicht so ein obvios Hack aber irgendwie Autoplicke oder so ja oder so Legit Hack oder ja Blatt 1 und so ja Kio Kiodo..quelle Kio Kio ist das gleiche wie Reville, da wird nur herum geschwitzt ja beiieren die auf Gomme geht es noch so mit dem Aussehen man zwar auch ab und zu mal aber nicht so häufig wie auf Reville oder Khio Ich weiß zwar nicht, wie man den Namen ausspringt, aber ich sage mal, hey, mit den Kuchen. Was? Ja, er hat irgendwie so Blanky oder so. Keine Ahnung. Wir warten jetzt einfach so fünf Stunden, bis das Pack gedownloadet ist von dir. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Und ist es endlich gedownloadet? Genau, es ist gesagt, es ist gedownloadet worden. Ah, okay, man... Blanky. Ich glaube, du nimmst einfach das nächste Mal irgendeinen Pack, was du dir nicht runterladen musst. Meinem Pack, dann. Ja, wenn man geht... Wir könnten später spielen wir sicher mal auf Kyodo oder Rewey locker. Oder auf Mainzucht halt. Bist du fertig? Ja, ich bin ich, habe ich ja schon gesagt. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Nee. Für 30 MB. 30 nur. Ich weiß nicht. Ich glaube, es hatte... Gott, ich weiß. Ja, es hatte ein Gigabyte. Es hieß jedenfalls Kondom-Pack. 5.028 Euro. Ey, keine Ahnung. Ich habe für uns so viel Scheiß-Packs, ja. Buddy, join you. Hallo. Moin. Leute, ihr primer Fuß auf Rewey, weiter. Und du bist zum Zoom. Äh, servus. Es geht so. Bims. Ich bims. Bims. Magst du mit? Die Challenge oder nicht? Welche? Tech-Shack-Challenge. Ja, auch. Ach, komm. Bad. Ja, bad. Was, jetzt mal, wenn wir gewinnen, enden wir das... Wenn wir gewinnen? Ja, wenn wir gewinnen. Nur wenn wir gewinnen, oder? Ja, okay. Sehr gut. Weil, wenn wir jeden Kill russeln, habe ich nicht genug Tech-Shack-Packs. Nee, du musst ja downloaden bei Labemod. Achso, okay, ja. Bei random. Ja, okay, pass. Ja, der Ex-Shack-Challenge, das sagt bei random. Passt. Ja, können wir machen. Seid ihr fertig mit der Runde? Nee, noch nicht. Wir haben gerade angefangen. Bei Bra. Digga, weiß, er baut sich so am Ende ganz hoch. Spieler... Und wie war's denn? Moin. Richtig nice. Ich bin nächste Woche krank. Wo hat Lisa heute in der Haupttür? Äh... Nee, als tot? Hä? Also, zu mir nicht. Also... Bei mir nicht. Komm, wie ist die Wahrscheinlichkeit in der Computerraum? Ja, das weiß ich ja nicht. Wie soll ich das wissen? Ich war ja nicht in der Computerraum. Wer weiß das? Ja, auf Snap-Hot man sich das kriegt. Bro. Ich war heute im Krankenhaus. Hey, warum bräuchte ich den? Hat so viel gejodert. Wann steppst du eigentlich mit dir? Ich? Ja, oh Mann. Ne, weil ich eh nicht. Das steppt mir. Ja, ich geh zufrieden. Flammen sind Flammen, oder? Äh, nee, nicht wegen Flammen. Okay. Mir eigentlich egal. Äh, der Bot, einer... Hab ich schon mit genug Leuten Flammen? Ja, ich auch. Ja, wie ich seh's. Weiß ich warum das Kit, äh, genau, das Kit, das Kit so heißt. Äh, genau. Magenspiegelung. Okay, Magenspiegelung, oha. LOL. Ich hab mich nicht mehr beim... Spieler 2, 3, 4, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich mitspielen. Ja, da müssen wir eine größere Runde suchen, einfach. Ne, warte, ich kann dich nicht mehr einladen. Ja, das geht nur mit Premium. Ne, warte, der Typ hat zu Premium-Rang. Ja, glaub ich. Ja, gut, dann geht's. Ja, lab mich mal ein. Wär nice. Ja, nach der Runde. Wir werden gerade ein bisschen getargetet, wenn wir Base kommen. Weißt du, was die Bat-Geräusche sind? Was? Ja, ich hab' keine Bat-Geräusche, aber ich finde mein... Was ist das denn? Den Textschweck eigentlich nicht nice. Hab' Schmerzen, aber ich gucke euch zu. Das ist nice, das ist nice. Den kriegst du noch mehr Schmerzen. Achtung, hey. Nein, ich find' heute voruntergefallen, das ist Kamer. Ja, das ist wirklich Kamer, ist dasselbe Schuld. Ach, und da ist einer. Ja, ja. Und also hat er ja wahrscheinlich Magenschmerzen. Und bei uns bekommt man ja keine Magenschmerzen, sondern da bekommt man Ohrenschmerzen. Das stimmt. Digga, das Bett wollte ich gerade erholen. Jaaa. Ich wollte wirklich das Pack. Deine Mutter V2. Nee, ich habe ja nicht gerade ein rechnerisches Pack. Genau, ich auch. Ging noch. Nein, mach mal. Nein, bruh. War der welches Ziel? Oh, ausschlafen jeden Tag. Ah, brauche ich die letzten. Kann ich dir glauben. Eier und rot hatte ich schon das Bett voll weg. Warum schlaft du nicht los? Weil ich die Schule muss. Ach, nee, müssen nicht. Bruh. Ja, wow, müssen nicht. Ja. Also bei uns hieß es, man muss nicht die Schule gehen, weil man nicht, warum man nicht morg. Ja, das ist so der Leer. Das hat der Lehrer gesagt. Genau. Das hat uns ein Denklehrer gesagt, was wir vier Stocks ruhig brauchen. Können theoretisch eigentlich ganz takt zu Hause haben oder was? Ah, das ist klar. Ja, müssen nicht. Musst nicht. Doch, man muss, wenn man nicht geht, kann man aus der Schule geschmissen werden. Doch, bei den Schulen. Ich weiß schon, aber er hat gesagt, man muss nicht. Alles klar. Gibt ja Gönsich. Äh, ist beim Bruder anders. Nee, ist das beim Bruder nicht so? Soll ich mit drauf gehen? Nein, ist es nicht. Doch. Nicht bei uns. Deger. Das steht sogar drin. Das ist bei jeder Schule so. Wenn du... Nein, du bist mal eher das so zu mir. Wer hatte das gesagt, der Direktor oder? Na, da reichert denke ich. Ja, schau, Direktor sagt halt mehr als der Lehrer. Was jubb mir die Direktor, da kommen wir auch gleich noch mal so, Alter. Wer ist sowieso, wie du warte. Und bei dir der Haas. Hä, warte ich, Jack Scanner gar nicht. Bei Steiner. Mit der Klärung, Dankeschön. Haben wir das Bett? Nee, haben wir nicht. Und die Critical Partikel sind Hamburger. Wie soll man das Bett bekommen, wenn die alle voll im Fuß sind? Und die ganze Zeit mehrerer Westen. Äh, ihr braucht ein Schwert, das ist mir offen. Ja, ich weiß. Jetzt brauchst du immer was, brauchst du immer was, brauchst du, was du isst. Brauchst du nur was, was du isst mit nimmer, oder? Hat jetzt jeder gelacht, oder? Jo, ich schon, oder? Deg, ha, 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 ha. Ich muss ich auch in die Schule gehen, in die Haas. Keine Ahnung, ob du in die Schule gehen musst. Das Problem ist ja, die sind alle voll die Kur, äh, kämpft mit der Base. Also ich glaube schon, dass du zur Schule gehen musst. Nee, 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 warte. Hm, das ist jetzt schwer überlegen. War schwer überlegen? Also sowas kannst du nicht. Nee, wenn du schon das neunte Schuljahr hast, dann kannst du ja gar nicht in die Schule gehen, da kannst du auch einfach aufhören. Hä, was ist das denn? Er packt sich halt. Hä? Ja, hab's gesehen. Ich hätte ihn halt bekommen, aber wenn er lag... ...würde ich mal sagen, der hat richtig hart kassiert. Kriegst du das Bett? Nee, wenn der vollgekrypt in der Base ist, ich muss auf euch raten. Und ich nicht mal volle Kuh bin. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, das schon, aber... Okay, bin dran. Aber habt ihr noch der, was ich, äh, volle Kuh machen wollte? Okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt. Ja, wir gewinnen das zur Elfe. Wenn wir das nicht gewinnen, dann tut mir leid, dann geh ich verkaufen. Dann geh ich wirklich verkaufen, jetzt mal no joke. Wenn man es nicht schafft, ging... Okay, jetzt kann ich sein. Aber schlecht sind sie wirklich nicht, muss ich wirklich jetzt mal zugeben. Ja, aber... Grad... Sind das beides von denen, glaube ich. Ja, das ist... Was? Ja, wir haben gekommen, Alter, der lauft weg. Ähm, hallo, der Only King, man barket. Ich will hier raus. Als Obscure er hat mich willkommen. Mich nicht. Alter, er fällt erst mal auf mich. Warte, was war noch mal der Autotext? Nee, du musst gebastet, Let's Catch. Eier. Äh, live auf YouTube. Bin ich eigentlich auch live auf Twitch, weißt du das? Ich bin live auf Twitch. Ja, schon. Warte, ich will jetzt mal die Objekte, du das eingestellt hast. Und lade diesmal keinem Pack runter. Nee, meinst du irgendwas, ist doch alles. Nee, meinst du irgendwas, ist doch alles. Warte kurz, der Spieler, der was... ist, äh, also, der heißt schon Spieler. Ich hab' mir gesagt, ohne die Zahn. Ähm, der hat zu blieben, soll er uns jetzt alle einladen und, ja. Oder? Ja, warte, mach mich so. Ich soll mich mal einladen. Nein, warte, ich lade grad noch das Pack runter. Ja, muss ich also. Okay. Ja, die wurde aufgelöst, was? Was? Ja, ja. Was? Ja, ja. Sag einfach die ganzen Namen von uns. Ja, warte, ich kann euch dann eh einladen, er soll mich nur Mod geben. Nein, du kannst uns nicht einladen. Doch, wenn keiner in der... Aber Premium muss uns einladen. Nee, wenn vier Leute sind. Vier. Erst dann. Ja, wie viele sind wir? 0,3. Weil ich noch keinen eingeladen hab. Ich kann zwei Leute noch einladen und dann muss er einladen. Okay, dann warte ich bis zum hier enden jetzt. Ja, warte. Nee, falsch. So. So. Warte, BLN nimm. Versuch mal anzunehmen. Ja, jetzt geht. Ich weiß, wenn er jetzt die Party macht und ich bin Mod, kann ich einfach alle einladen. Aber er muss dann halt die Runden beitreten. Also ich kann ja alle einladen. Siehst du eh, wir sind... Partylist. Bro. Party... Bro. Partylist. Partylist. Fünf Leute. Und ich hab gerade vier Leute eingeladen. Oder? Drei. Drei. Was ist? Ja gut, ich weiß, dass du gerne, okay, das sind ein bisschen zu kurzer Runden, also ich glaube, braucht man habe ein... Ich hab das kleine Gefühl gehelten liefen. wegen ja weil das ist eine 5 hat und ist so okay wenn du liebst ich habe es nicht zu einem Peck ja muss ich noch das ist noch die Raffensquad komm her, D2X moin, was geht ich habe red added warte, let's go, hallo hallo das Brexit nicht mehr ich habe schon wieder fast das gleiche Fadenkreuz brrr brrr ich habe nur red added ich mag das nicht ich bin gekriegt worden ich habe nicht mehr so ein Streamchat auf dem Tor ja geil als ob du in der letzten Sekunde gekriegt worden bist ja ja geh einfach in eine neue Runde ich kann ja nicht ah egal ein bisschen rot ist fix er ist fix siehst du meine Sonnenbrille? ja von wem die ist cooler von wem die ist cooler von wem die ist cooler eigentlich ist das die gleiche ja wollte ich auch gerade sagen aber welche hat mehr Steil aber welche hat mehr Steil ich will keine join ja die waren halt nicht zu uns die wissen schon, dass sie verlieren gegen das Pack habe ich jetzt mal auch nichts weil das Veranröter einfach mega nice ist für dich ich habe fast in jedem Pack so ich gehe in eine andere Runde bitte hier ist niemand für dich für dich für dich wo jetzt? genau es war die gleiche Runde ja ja gut echt weiß was er wieder war geil ja das ist ja das ist der Supreme Rang deswegen hat er immer einen anderen Lick zu wieso nickt er sich überhaupt das ist voll nice ja aber wenn man keinen Bekanntheitswert hat ich bin aber bekannt oh dann 100 Ammonent ja 100 Leute ja es sind 100 Leute 100 Leute sind nicht wenig die werden bestimmt alle direkt in dieser Runde sein oder? oder 100 Leute oder? ja doch so ohne die Map ich hasse diese Map ich auch keine Ahnung die ist viel zu groß und ist perfekt für Bowspieler stimmt auch wieder sorry wenn man das Auto hört das hat man gehört ja ich weiß aber man muss Fans da auch mal aufmachen lol bei mir ok bei meinem Tag ist es so dass äh der der es oh erkennt dich oder? erkennt dich also diese komische Mutti-Sprache oder so oh schreib ihm mal ja ja das ist Z-Unlegetim hehehe ok im Sound sie aber vor allem wir sehen ihn ja in Tabs sehen wir ihn an ja so sag ich ja xd xd nice bullshit er hat nämlich alles zugeschraubt ich hab nicht gecheckt warum ich plötzlich so viel äh blöcke hatte warte vielleicht warte ich auch nicht ich hab dir die Autotext äh äh was war Novel Apos äh ja sie spielen wirklich mit Gold also gelb auch falsch warte ja jetzt hab ich's jetzt hab ich's erstmal Werbung machen erstmal Werbung machen gleich wirst du so gemeint für den eigenen also nicht nicht äh in den eigenen Team-Chats hehehe dass der richtig schlau ist ja ja und jetzt geht's und danke hab ich gehört den Namen sage ich nicht moin also aim knock besser gesagt moin was geht's mir geht's hm gut und jo also also überlegen ich mir nochmal ob ich gut gesagt habe hm komm schon töten Lohre nein als auf diese Musik kommt du wirst ja na 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 ja Alter, was war das? Aber das Pack mag ich jetzt doch irgendwie. Irgendwer hat einen Bogen. Wer? Wer ist das? Wer ist das? Die bekommen wir. Wir sind super. Ja, das stimmt. Wer ist da noch? Der ist gelb. Ist mir egal. Du hast nicht mal einen Speer. Böh. Geh zu gelb jetzt einfach durch. Ist das das mit Bogen? Ich geh einfach da durch. Ja, gelb ist das Team mit Bogen. Ja. Ja, ich weiß das. Okay, ich war da durch. Was? Als ob hinter mir da stand. Böh, jetzt hat er mal braun sein. Egal, brauchen wir es und so nicht. Boah, das ist so nervig. Der in der Mitte nervt mich ein bisschen. Ja, der mit dem Bogen, ne? Ja. Alter, aber... Okay. Er nervt mich, aber... Egal. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ja, aber ich leg mich jetzt auch nicht auf, weil ich selber mal mit Bogen spiele. Soll ich mir jetzt auch einen Bogen machen? Routini! Alter, der will jetzt schon sagen bei mir Routini! Gut, ich habe jetzt auch einen Bogen. Also, machen wir jetzt einen. Dann kann er mal sehen, wie das ist. Nee, der hat auch einen Bogen. Er ist in der Base und spammt mich. Okay. Ja, dann bin ich auch Base-Dev. Ehm, oben ist grün. Und unten der Brücke zu Gold. Ja, solange unser Bett nicht weg ist. Hab das Bett von ihm. Backtime. Geil, erstmal süchtig. Ja, das... Wo ist der grüne? Oben, oben, oben. Oben. Ja, hab's gesehen. Yes. Oh, das... Hey! Hey! Yeah, yeah, yeah. Danke, Base. Ich war gerade noch einmal gekümmt. Also, ist schön. Woh, der ist genauso. Der blaue hat genauso scheiße noch irgendwie kommt. Mud, let's play. Mud, let's play. Hab' ich gar nichts verstanden. Mud, let's play. Genau so scheiße noch wie Barze. Oh, ich fass mein Gott. Er ist jetzt auf. Bruh. Mir auch. Komisch, schnabe. Nein, 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 nein. Hey, ich dachte gerade, der hat dich runtergebrochen. Tome, gleich auch, boh. Ich hab' gleich vier Gold. Ich hab' ne Bogen. One, seven, seven, yes. So, ich hab' äh... Ich hol' jetzt jeden einen Bogen. So, ich hab' äh... Ich hol' jetzt jeden einen Bogen. Boah, ich glaub' Gott. Der mach' ja nur ein Eisbogen. Scheiße, wo kann man nicht mehr tun? Ich helf', ich helf' dir grad. Flieg' runter, flieg' runter, flieg' runter. Flieg' runter, flieg' runter. Warte. Der Schwert läuft mir. Zu wem war das gerade, das Lauf? I don't know. Ich glaub' irgendwer, der mit Bogen hat. Ich glaub' es war zu dir gewinnig. Sieg. Ja, ja, ich weiß. Oh ja. Aber die... Es interessiert mich jetzt nicht mehr. Warte, da kommen wir. Warte, da kommen wir. Warte, da kommen wir. Ah, Webs hab' ich vergessen. Egal. Ich hab' jetzt auch... Oh, halt. Aber musst du mich erschränken. Ja, muss ich. Das ist mein Ziel. Fast gestorben. Vor heute Essen. Ist das da vorne? Oh, das ist glaub' ich unser Team. Oh, das sind wir, gell? Na gut. Ja. Opa. So. So erstmal... Nur doch das grüne Team hat... ...mit. Mit. Du gehst grad zu Geld. Ich weiß. Das sind aber grüne. Oh. Warte, da oben ist einer, ne? Der hatte ne Rot. Der ist tot. Ja, ich auch. Nein, das bist du gewesen. Fuck. Ich hab' gedacht, das war der andere unserer Welt. Ich hab' da grad' die Gelben ab. Okay, Unlegitim wird auch gleich sterben, glaub' ich. Ja. Ey, doch nicht. Noch lebt er. Rat' mal, was kommt, wenn ich jemanden umbringe? Ja, er wird sterben. Als ob man braucht 13 Gold, bruh. Als ob er noch lebt, Alter, wie viel Herzen hat er? So. Ich bin... Weißt du, was kommt, wenn man jemanden killt, ne? Da kommt... Was ist das für ein Pack, Alter? Du musst einfach versuchen, euch irgendwie umlandzubauen. Ne, Enderpeller regelt, oder? Ja, oder? Eppi. Ich könnte mit Enderpeller ablenken. Ne, die lenken ja schon ab. Du musst irgendwie werfen. Du bist tot. Werf einfach hoch, irgendwie. Ich dachte hoch auf dieses Teil da. Enderpeller ist tot. Das ist Tim. Ja. Die Goldunsel. Das Problem ist, ich werde gerade abgeschossen und... Ja. Oder Bill, Enderpeller... Alles bist du okay. Gehst du mal ab? Gut, gut. Oh mein Gott. Da kommt einer. Unten. Werf einfach, werf. Weil von der Seite schießen auch noch welche, ja. Ey. Ich wollte mir grad das Gold tun. Ne, ich nicht gesehen wieder. Tschüss. Auch nicht, da stirbst du. Doch, die kommen doch. Ein Folie... Ne, die bauen das Bett ein. Ein... Ja, das ist so, der eine. Aber der kommt noch nicht. Der wartet unten. Jetzt müsstest du drauf gehen. Okay. Weil die sind grad alle abgelenkt. Okay, beide Cloud haben... Es ist grad einer, der kommt wo... Ja, genau. Der ist auf der anderen Seite hochgegangen. Er ist auf der anderen Seite hochgegangen. Jetzt geht's ihm gar nicht. Er ist tot, weiter. Ja, Bett ist weg. Der wollte dich vor den Klatsch. Einer ist oben. Einer ist oben. Ja, oder? Ist grad? Da ist noch einer, der auf dem Weg war. Ich hab grad Legs. Einer ist tot. Oder? Ja, ein Stern. Oder? Ne, einer ist tot. Wo? Weiß er tot? Oben ist noch einer. Ja, ich weiß, aber ich hab zwei Herzen. Komm, denken wir? Ja, okay, wir hatten schwer. Ich komme. Kauf dir hier Pots. Ja, ich... Mh... Wo genau ist er oben? Digga, ich hab grad so die Legs irgendwie. Er ist erst hochgegangen. Ich weiß nicht. Beim Gold vielleicht? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist er auch weg. Grafisch. Ich hab keine Ahnung. Der ist erst hochgegangen, aber... Hat der sich irgendwo... Warte, port dich einfach mal zwischen. Äh, warte. Ah, der ist hinter dir, hinter dir. Nice. Hat die überhaupt noch komisch ausgehört? Er kommt zu mir her. Ja, ich... Ich geb ihm so Turn on. Ja, ne? Der Ding jetzt übelst, dass du so ein Hacker bist, oder? Ja, ist mir doch egal. Okay, nur noch die gelben und die... Ich hab schon mal ein anderes Textrapack runter. Da, 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 da. Außer, wir verlieren jetzt. Dann hast du Pech. Äh, auch. Ich mag es nur. Ich mag jetzt neue Textrapacks auszuprobieren, also... Von daher. Ich hier auch, weil... Ich find das auch vollkommen ist. Okay, der Gelb hat Eisenschwerter. Und Healpots. Okay, ich glaube aber gegen Stärke können sie dann auch nichts mehr machen, oder? Ne, klar nicht. Ja, okay. Denkst du sie dann? Wenn du sie richtig kommen musst, dann... Okay, ähm, ich kann nicht fünf Sekunden... Muss ich jetzt warten wegen dem Scheiß-Boh. Boah, ich muss fünf Sekunden wieder warten. Was ist das hier? Ey, ich hab irgendein geiles Pack gesehen. Was mit Blauloks fällt mir da drauf? Ich schau mir abends immer, also... BW-Clips an. Ich hab so ein richtig cooles Pack da gefunden. Ja, BW-Clips sind auch immer nice. Bei Dami... Tust du irgendwie schwitzen? Wie... Ja, ich weiß, dass die meisten... Naja, wir schwitzen nicht. Wir machen einfach gerade einfach eine Challenge. Also... Nicht so eine Agro-Challenge, sondern wir wechseln jetzt mal, wenn wir gewinnen. Ähm, wechseln wir einfach das... Pack. Und ja. Kurz guck, ob irgendwas hier, äh... YouTube-Stream los ist. Ich finde einfach das Pack. Ja, ich hab TT, lass dich sprengen, komm mal mit, komm mal mit. Komm mal da, äh, andere Seite. Warte, lass kurz Gelb zerstören. Ne, ne, lass mal zu Blau, ich will Blau sprengen. Ja, ich... Ich hab aber schon Stärke und so getrunken. So, ja, und geh auf Gelb. LOL! Ich bin tot? War ich gebackt? Ja, ja, ja. Er hat mich abgeschossen, hat mich zurückgebackt, nochmal zurückgebackt und bin an Fallschauen, an Ende, endlich gestorben. Ich bin fast tot. Wo bist du? Wo bist du? Ich warte lieber noch von... ...next Ressourcen. Wo ich bin? Ja... Ne, du kannst schon herunter landen. Ähm, ich bin gerade bei Gelb. Ich kann mal waschen. Da... ... und dann. Die. Okay... Ah, ich bin das... Ich weiß nicht. Ab! Ein Blau, ne. Ich habe einen blauen, ja. Okay, noch ein blaues zurück. Der ist auch bei mir. Was schaffst du? Matron. Der hat Eisenschwert. Ja, wow. Der ist auch bei dir. Wo bist du eigentlich? Bei blau. Ich bin, glaube ich, bin full live. Hallo. Okay, ich bin full live. Na? Na? Erst ob ich einfach hab. Fünf kills. Okay, klar. Ich bin ein neues Tech-Shopick, gell? Ja, genau. Muss ich jetzt machen, warte mal. Resource Pack. Random Pack. Random Pack. Okay, schmocky. Acht Red Pack. Bly High, alles klar. Kenne ich zwar nicht, aber... Jo. Jo. Äh... Ne, warte mal kurz. Okay, meins müsste ja runden sein. Meins auch, aber... Ja, wenn es nicht angezeigt wird, dann... ...kannst du einen anders nehmen. Ähm, warte, muss ich schauen. Ja, ich darf einen anders nehmen. Ich auch. Random Pack. Too easy for... ...a slight map, okay? Ja, warte, ich hab mir gar nichts runtergefallen. Als ob das so ein Map-Dings-Boms ist. Ja, warte mal. Wow. Als ob es... Kann ich einen anders nehmen? Ja. Es ist ein Default. Es ist einfach ein Default-Pack. Vielleicht... Wahrscheinlich für ein Map oder so. Aber es ist jetzt eine Default-Pack. Okay, wo ist jetzt das Pack? Als ob das Pack auch nicht ange... Doch, da. Wirst du mich verarschen? Ich tru Text-Spec rein, ähm, Default. Ich schau mal. Böööö. Okay, jetzt. Aber eins? Ich hab nur noch keine... Warte kurz. Irgendwie... ...litz. Ja, mein Stil ist immer... Ich prob auch gerade. Nächstes Text-Shop-Belk dritte. Ist das... A Slow... ...2 Pack. Ähm, 7 Pack. Ich mach... ...warte mal. hallo ich war ich möchte dass ich irgendwie das pack aufhängen oder doch nicht gleich ist es in Deutschland hat ihr das ein pack oder der lebt nicht irgendwie klar ich glaube jetzt neuen wird und okay ich bin Ich hab's drin. Wart. Ich hab diesen Himmelbock. Geh einfach. Ich frage ihn nur zum Tess, dann geht's nämlich viel leichter. Wer kommt Tess? Der Z, äh, Unlegit Tim. Weil's dann leicht ist, weil der dann weiß, wenn einer in der Runde gehen kann. Weißt du? So. Ich hab vor, dass gerade Tech-Jubik alles klappt. Die Runde, weil ich denke mal, jetzt... ...und dann kann ich nicht wissen. User, join your channel. Okay, warte, ich bin dann wieder zu mir. Er hat schon TalkPower. Also wir sind in YouTube wie User drin. Ich frage mich die ganze Zeit, warum jeder schon Top-Bow hat. Komm, wir können schon runter. Also ich habe schon meinen Textwerk geändert. Er denkt jede Runde. Fire Alex HD. Muss ich überlegen. Sag mal deinen Endgame-Name. Vielleicht kenne ich dich dann. Das weiß ich nämlich gerade wirklich nicht. Dann gehst du in eine Runde, oder? Ja. Das mache ich. Ah, okay. Was habe ich eigentlich jetzt für eine KT? Ich habe voll das hässliche TP. Echt nicht? Ich habe immer so ein hässliches Fadenkreuz. Was einfach die ganze Zeit die Farbe ändert. Hoffentlich wird es kein KT gegen eins. Na, das ist mies. Ich glaube nicht. Ich glaube Fire Alex kenne ich irgendwoher. Dann müssen wir ihn gewinnen lassen. Das fühlt er sich cool. Dann müssen wir einfach alle AFK sein. Okay, aber schon. Okay, drei gegen zwei. Da hat sie nicht gay hat. Mh, das muss man nicht kriegen. Ne, ja, Bastard Let's Gay. Das ist genau so. Ha? Bastard Let's Gay heißt er bei mir. Bei mir nicht. Bei mir schon. Bei mir nicht. Ja, bei mir aber. Bei mir ist er immer nur geil und bleibt der gay. Ja, deswegen heißt er Bastard Let's Gay. Ich verstehe es nicht. Ich muss nach der Runde immer mein MC neuerstab. Okay. Weil ich diesen Himmel bug habe. Nee, da musst du gar nicht MC neuerstab. Äh, baue mal vom Baum bitte. Achso, okay. Was muss ich dann machen? Du bist gar nicht text-text. Ähm, random Klaus ausmachen oder so. Wo ist das? Warte, 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 warte. Lech. Grafik, Qualität, bei Qualität, na, ja, Custom Sky musst du ausmachen. Bei Qualität und dann Custom Sky. Dann müsste es wieder gehen. Ah, da. Ah, ja, geht. Okay. Den Bug habe ich ja öfters gehabt. Aber ich finde jetzt einfach, dass Technik oder was ich gerade habe, eigentlich nicht mal so schlecht. Aber mit dem Technik kann man voll geil rumworten. Okay. Nee, bei mir, ich habe das... Die Sound sind auch mega geil. Erstmal Sound hochdrehen und euch reisen stellen. Ich habe das, wie den runden Fahnenkreuz von bei Quadrix-Pack. Und du weißt, was ich meine. Du pingst mich weg. Ich habe gesagt, du bist ein scheiß Ding. Rot will Gold safen, ne? Ich habe ihn. Boah. Nein. Ich habe ihn gesehen. Rot will Gold safen. Ich sehe gerade gelb. War eine schnelle Runde, ne? Was ist sie schon vorbei? Nee, aber ich gehe jetzt zu gelb. Das ist doch... Die haben noch... Die haben noch eigentlich eh keine Chance. Ja, gegen uns hat keine Chance. War eher gelb, ist auch weg. Ein Wunder. Er war alleine. Ja, gut, alleine kann man wirklich nicht anfangen. Oh, ich dachte, die Runde bin vorbei. Ist hier eigentlich, denke ich... Ach, wir haben ja nur noch ein Team. Es sind schon alle Teams weg. Einer ist drüben, Bruder. Oh, so, Bruder. Doch, einer ist noch da unten. Ich weiß schon, wo er ist. Ja, ich sehe ihn auch. Einfach nochmal so bad gönnen. Oh, ich sehe ihn schon, er ist auf der anderen Seite. Nee. Kann er ist da unten hier so? Ja, eben. Wie gesagt, auf der anderen Seite. Brr, du hast gestorben. Wer war gerade neben mir? Nick, schau mal, hast du den Blocksafe gesehen? Ich gehe mal da rein, gell. Ich bin jetzt da unten. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass er da ist. Also, ich glaube nicht, dass dann so viele Blöcke da wären. Ja, aber wenn das alles zugebaut ist. Ja, das... Oh, da. Hat drunter gesprungen, hab gleich geguckt, ob da irgendwas ist, aber... Wir haben ihn. Okay, wow. Neueste P. Ja, neueste P. Ach, Mann. Das ging ja schnell. Ich lösche immer die wieder, die ich... Äh, die ich mache. Ja, genau. Muss ich auch noch. Dann mache ich jetzt gleich. Brr. Ja, warte, mache ich jetzt. Ich lösche mal am meisten. Wie lange noch auf Gomme, das weiß ich noch nicht. So lange bis das... Ja, wie soll ich jetzt sagen? Wir spielen ja eigentlich bedrohend. Ja, gut, da kann man auf einen anderen so auch mal gehen. Okay, welchen? Baby zum Beispiel? Ne. Wir könnten Mainz... Na, Mainz gibt's nicht mehr. So viel Geschwitze. Ne. Ja, kommt... Achso, fuck, das Becker aber schon. Auf Mainz gibt's auch viel zu viele Becker vertreten. Wir könnten schon auf Revy, aber wir könnten nicht, ähm... Wie soll ich sagen, Revy... Achtermal gespielt, weil da wird erst mal nicht herumgeschwitzt. Und zweitens mal müssen wir so alle auf ein Team bringen. Ach, bruh. Hat er Bock auf... Beide noch mal. Hä? Ja, okay, warte. Warte. Was macht man jetzt? Ja, nein, ich noch schau mal. Jetzt ist es wieder drin. Gehen wir dann auf Revy oder auf Gomme noch bleiben? Ja, auf Revy. Ja, auf Revy. Ja, ich muss dann kurz auf den Alt gehen, weil ich da gebannt bin. Aha. Gönn dir. Na, was? Okay, ich bin da. Ich auch. Na, ich geh jetzt wieder auf CW spielen und dann... Okay, jetzt haben wir ein weniger. Jetzt muss ich nicht mehr so viel einladen. So. Weißt du, was mein größter Fehler war? Okay, eben noch brauche ich nicht ein... Auf Revy. Was? Auf Tab zu gucken. Das war mein größter Fehler. Kann ich gleich sagen, wie ich heiße in-game? Ja, schick mir einfach mir eine Freundschafts-Aufrage. Ich muss dann noch einen einladen, oder? Um... ...friend. Ich hab dich eingeladen. Ah, siehst du. Das Ressource-Berg, was ich jetzt hole, ist... Ich habe ein Pokémon. Mob Escape. ...gay. Mob is gay. Mob is gay. Alles klar. Wetten, ich werde von, ähm, ne Mod gebannt für den Namen. Kann gut nicht sein. 160 Sekunden einfach. Ob, wunderschön ist es. Ach, wirst du wirklich gemacht, dass wir lustig sind? Ja. Aber ich glaube, ich habe noch ein alt. Okay. Okay, wir haben jetzt... Ich brauche auch ein alt für Bad Lion. So, dann hol dir doch ein. Ich weiß noch, wenn wir mich holen. Superals. Superals. Superals.com. So, ich hol jetzt das Aim-Pack rein? Kostet'n, ne? Full Excess, er kommt irgendwie nur ein Euro, glaube ich. Hä, wirklich? Mhm. Lolli, geh mir ein. Es gab aber auch noch irgendein... Ja, kann mir da jemand eingenarieren? Ja, das kostet was. Achso. Ich brauche... Es gab auch mal so eine kostenlose Seite. Ja, warte, spielen wir Pokémon. Votet alle für Pokémon, weil... Dann kann ich wenigstens... Dann ist mein Pack auch für das geeignet, weil ich habe kein Pokémon-Pack drin. Ich weiß nicht mehr, wie diese Seite hieß, aber... Ich weiß nicht mehr, wie diese Seite hieß, aber es gab mal so eine Seite, wo man sich... Ja, MC Leaks Punkt nennt, glaube ich. Ja, aber da konnte man die nicht, äh, also da hatte man E-Mail, das fast weniger. Da hatte man so ein Alt-Token. Ja, aber es hat nur für Kleins. Ja, ja. Nee, kannst du... Da musst du irgendwie so eine App runterladen. Ja, geht auch, aber da muss alles schwitzen. Nee, ich gehe jetzt nicht drauf. Ist mein, es ging geil? Ihr... Meine, ich bin selten Ort. Ja, der ist, äh, das ist vollständig. Nee. Warte. Äh, was ist das eigentlich für eine große Runde? Äh... Ja, gesagt. Ja. Wo? Wir werden wahrscheinlich direkt in First gewascht. Dann hat sich diese... Dann haben sich diese zwei Minuten nicht gelohnt in der Wartelobby. Oder wir werden direkt von einem Hacker gewackt. Was auch vertreten ist auf Resi leider. Ja, das ist mal bei mir auch. Bei mir ab BX8. Ja, aber trotzdem so... So viel mehr für mir wird das. Wir haben Shiggy. Wir haben, Luca hat so 32.000 im Team, jawohl. Wir haben einfach zwei Leute, die... Drei Leute den Samskin haben. Also, Stevie. Lol. Alter, diese Blöcke auf Rehwi sind echt schlimm. Jo, bei mir... Weißt du, wie das bei mir angezeigt wird? Das bei mir nur grüne Männchen. Alter. Bei mir ist ein Inventar ein Relaxo, wenn ich bei Rehwi-Shop gehe. Bei mir sind die Herzen wie Hardcore und... Hey, du musst das, du musst das, du musst nur im Inventar das Relaxo wegmachen und den Shiggy hier machen. Jetzt schnell, weil wir haben Shiggy. Ja. Ja, der Relaxo gibt's ja den. Weil der Relaxo ist nicht Team Blau, oder was? Oder gibst du dich? Ähm, bau du mal. Doch, aber ich glaube, Relaxo war. Bro. Nee, ich glaube... Alter, wie bei der ist der? Ey, das andere ist Pikachu. Mach auch nur noch Back 1, Leute. Das ist ein Glumander. Also, wenn ich jetzt Rot-Fast-Rush gewolle Miao ist da drüben. Renn mich Gott. Ich glaube, drüben, also gegenüber von uns Pikachu. Okay. Okay, das ist Einstein. Okay, das ist Einstein. Das ist nicht gut. Warte, ich schaue schon. Ja, da ist gegen Pikachu. Da kommt einer zu uns. Leute, möchte ich mal jemand das Bett einbauen? Alter, warte. Boah, ist er frei, mein Brücher. Dann übernehme ich's halt. Ja, es ist gerade eh keiner in der Base, glaube ich. Alter. Ey, dieser Luke hat 32.000, er hat schon seit einer halben Stunde Eisen und ist immer noch noch nicht gepript. Ja, mate. Gut. Ich hole mir vielleicht gleich Rot. Ja, das glaubst du auch nicht. Nett mich Gott. Achtung, Geld bei uns. Ich hole mir doch nicht Rot. Oh, das sei. Ey, der Typ ist bei uns, der Typ ist in unserem... Aber das ist halt so eine große Runde. Hab ihn. Hab ihn. Ne, er lebt. Ob der einfach hier oben landet, Alter. Lot. Als ob du jetzt gestorben bist. Das, 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 den ich mal hatte, bruh. Haha. Die haben ihr Bett einfach gerade aufgebaut. Ähm, Bost. Ja, okay. Und kurz Druck machen wir. Ja, man gibt's die Framer, wo ich hier manchmal nach fünf Sekunden, Alter. Ja, dann kaufst du einen neuen, neuen PC. Weißt du, die Roten? Die Roten haben ihr Bett einfach gerade aufgebaut. Genau, genau vor mir. Hast du sie? Ja, das ist eine richtig fette Runde. Und ich fall einfach runter. Das auch. Weil ich raus an Luca 232.000, er hat sich gebraucht. Danke, dass dieser, äh, Lila einfach abstumpelt, den gelben. Äh, Lila kommt zu uns, Lila voll equipt, Lila voll equipt, Jungs. Der ist aber nicht gut, das sieht man schon, Mia baut. Nee, das war mit dem Ding ist zu. Hab ihn. Okay. Okay, dann spiel ich auch. Muss bald losgehen. Okay. Dann können wir eine vierte Runde spielen. Ja. Aber immer, wenn man, immer wenn man eine kleinere Runde geht, wird es immer schwerer, da reinzukommen. Und auch, dass du nicht stirbst und so. Ähm. Das ist, äh, welches Punkt? Ja, treib mich an. Da ist einer, ne? Auch glän sind wir. Gut, du gefeuchtet. Ciao. Stylischer Logo. Einer der... Warte. Guck mal den Skiff von Stylischer Logo an. Danke. Einfach mal so nie. Mann, wer hat's überlebt? Ähm, ich hol schon mal den ersten, Lila. Ich storm den weg. So. Okay, Achtung, hinter euch. Luca, 32.000 macht es. Also, der Bett ist schon weg. Ach, da ist ein grüner. Ähm, ich meine, Ilena. Der Steve hat den gerade ernsthaft geklatscht. Noch zwei am Leben. OP, Steve. Einer. Ja, wo ist er hier? In die Richtung. Ein. Oh, als ob er euch alle hat. Ja, als ob er ihn getroffen hat. Ja, er ist drunten gewesen, dann kommt er und bustet ihn wieder zum Weg. Ich nehm ihm mal ein Schwert mit. Hä, wegen dem einen? Ja. Der ist voll equipt. Einfach nur, weil er mit Cops spielt. Aber Cops gehen doch eh direkt wieder weg. Ja, ne. Zehn Sekunden. Mit voll equipt holst du ihn viel leichter, wie wenn du noch ne equipt hast. Und der ist halt schlecht, also. Ey, deswegen. Ja, Jodogaming. Komm her. Nein, stack dich nicht hoch. Ist gemein. Ist gemein. Alter, wie, der stackt sich jetzt. Ja, hat sich gerettet. Also, wenn ihr euch jetzt alle bekommt, dann... Er hat zwei Herzen. Hat ihr euch alle bekommen? Warte, ich komm jetzt mit Fully Crew, den hab ich. Ja, hast du. Der hat ein Herz. Ja. Ist einer hier noch irgendwie... Ja, der kann sich jetzt halt hier kurz kaufen. Ja, das ist schön für ihn. Ist trotzdem non-Skill. Stimmt, aber... Also, ich geh da mal auf, gell? Ja, okay. Warte, warte, was war da noch mal... Ich glaub, das war i. Oh. Okay, tschüss. Das war noch der alte, tschüss. Ich hab einfach außer sich diesen Autotecks mit der Prinzessin, äh, mit der, was weiß ich denn, äh, mit dem Hacken rausgelassen. Ah, Tech-to-Backwechsel. Ja, warte kurz, das war ja nicht geplant. Von Master to Crew Pack. Okay. One Close Blue Pack. Hä? Hä? Was macht der Zug Prinzessin, Prinzessin und wo fährt er hin? Nach Israel? Was? Wer macht der Zug Prinzessin, Prinzessin und wo fährt er nach Israel? Hä, warte mal. Hä? Ich hab einen ganz anderen, warte mal. Hä? Wenn ich, wenn ich bei meinem Autotecks schau, steht drin, was macht der Zug? Noob, noob und wo fährt er hin? Nach Israel. Ja. Ach so, weil, wenn man noob schreibt, kommt Prinzessin raus. Ja. Oder schreibt mal Lappen. Nee, noob. Dann kommt guter Spieler. Ähm, oder warte. Blue, bei low kommt gut raus. Scheiße. Bei Kitty? Magier. Habt ihr schon mal davon, ich habe ja Seifog den Skin gesehen? Ja. Was? Wie soll ich mich nennen? Ich use, ähm, Bananen. Ich use Bananen. Das wäre aufs Montan gerade eingefallen. Ich mach die Gegner mit Bananen fertig, oder? Ja, und dann der Autotecks, ich mach euch mit Bananen fertig. Das schmeckt besser als Bananen. Ein bananiges Chichi. Ich use Schlechtheit. Ah, das ist klar. So geil. So geil. Du bist aber auch der Einzige, der so richtig darüber lacht. Ich use Schlechtheit. Ich use Schlechtheit. Ich use... Sex? Geldtasche. Was? Ich use Geldtasche. Wie kriegt man viele Klicks? Warum fragt man das? Warum schreibt man das auch noch falsch? Warte, warte, warte. Warte, wer hat das geschrieben? Oh. Wie viele mit... Nee, wirklich. Jo. Es kommt einer. Ja, der kriegt dich, der kriegt dich. Jako, also vom Bauen her, baut er schon mal extra gut. Er hat mir auch eine Kobo gegeben, wo eigentlich, ich glaube, ich habe mich nicht finden konnte. Ja, hat er mir auch... Achso. Ja, gut. Ist er tot? Also, nee, das ist ein Scheiß. Ohne Blöck kann man halt auch nichts machen. Ja, wie er sich halt umdreht und dann direkt zum Mie... Oh. Harin? Lebt er noch? Nee. Gottstamm. Äh. Keine Ahnung, vielleicht ist er einfach nur ein guter Spieler. Kann er sein. Welches Spiel ist gerade gefallen? Nicht das von den Einter, was ihr denkt, der hackt. Ja, war das. Oh, was ist das denn? Mann. Warte, wollte ich mich verarschen? Ist das wieder der? Ja, aber er ist tot. Oder? Nee, bitte, oder? Achtung. Ja, es steht mir halt so übelst. Boah, ich habe Blocker-MD geschafft, aber ich... Der Block... Sie spielen jetzt nicht ehrlich mit Bogen. Wer? Keine Ahnung. Warte, die Roten. Hä, warum? Wie meinst du das jetzt mit Bogen? Die spielen mit Bogen. Wer weißt du das? Weil die gerade mit dem Bogen auf mich geschossen haben. Hab ich mir auch gerade gedacht. Und die mich gekühlt haben. Mit dem Bogen. Das steht im Chat. Ah, okay. Da sieht man auch einen Pfeil an der Seite im Weg. Dir krieg? Ja. Ja, stell dich vor mich. Macht Spaß, ne? Könnte sein, dass jetzt wer von der Seite kommt. Aber nur sein, oder? Es könnte nur sein. Ich glaube, es ist... Fix nicht. Warte, mir ist mein Handy einfach runtergefallen. Bro. Wir müssen die jetzt mal bekommen hier. Ja, sonst kommt das andere Team Upstum. Ja, okay. Lila spielt mit Bogen, oder? Äh, nee, warte. Nee, Rot. Nee, Rot, Rot, Rot. Ich hab 5 Sekunden. Ich hab 5 Sekunden euch. Jetzt nicht mehr. Nice. Doch, da ist noch einer. Nee. Doch, da ist noch einer an der Base mit Bogen. Mann, komm. Jetzt hab ich den Move rausgebracht. Da ist noch einer. Bro, bei dem mach ich das gleiche. Ist so, dass Lila das Team geht, da war ja auf uns. Warte kurz, ich muss kurz ein Auto... Warte kurz, ich mach jetzt am Schluss. Mann. Wir müssen unsere Kräfte zusammenschließen und gegen die Roten kämpfen. Äh, gelb. Irgends. Eins Weltkriegführer. Gelb sind wir. Also, wir sind gelb, scheiße. So, gerade dachte ich, komm mal. Ich fahr wieder runter, ach man. Au. Nee, sie will noch mehr Gold safen. Lass es da nicht zu. Hat der rote Bogen, der kommt? Ja. Nee. Also, einer davon hat einen Bogen, weil ich sehe die ganzen Pfeile herumfliegen. Ja, so die, was kommen... Ja, okay, jetzt hab ich's auch gesehen. Ich finde nichts gegen den Bogen, aber dann, wenn man den Bogen auch benutzt, dann darf man aber dann danach auch nicht easy schreiben. Ja, nee, ich hab auch rumgespampt, weil... Ja, der Hacker. Ja, anscheinend, was ihr sagt. Ja. Er spammt Dauer. Ich find das bisschen afi. Voll die Mause, wie... Nee, so kriegst du mich nicht, Junge. So dumm bin ich auch nicht, dass ich... Alter, ja, und er steht dort halt unter... Lila. Ja, Lila kommt auch noch. Rot spammt uns, Lila kommt. Nee, ich muss das selber gar nicht. Aber ihr dürft nicht leben. Boah, der Kacke. Weil dann habt ihr eine halbe Stunde Sperre. Nein, ich hab, ich hab, ich glaub... Ich geh jetzt auf Lila. Dann soll Rot unser Bett bekommen. Bin jetzt eigentlich relativ egal. Kannst du... Digga, geh dir mal von unten zu Rot. Also, von unterm Wege uns blieft ihr... Er fuckt mich so ab. ...nasser Dauer, Leute, von diesem Spammer. Das bleibt dich von nah dran, halt. Und vielleicht sogar bester Bogen, weil er hat wie nur drei Schüsse gebraucht. Habt den Drecks, Boah Spammer. Ich hab ein Lila nicht gebliebt. Nee, das ist noch einer in der Base, der ist behemmt. Als ob. Ja. Bei Lila. Nee, bei Rot. Ach, super. Ich geh zu Rot. Schalte den Einsperm aus, der was vor uns war. Ja. Lila. Und da kommt der Nächste. Hat mit Cup Whip zugebaut. Ja, okay, Cup Whip kann ich... In den Kopf ist es noch okay, aber von nah dran Spammen finde ich jetzt nicht mehr. Ja, genau. Der Rote kommt. Ja. Man merkt einfach, dass er Eagle Client anhat. Er hat gerade beim Fastbitchen verkackt. Weißt du, was er danach gemacht hatte? Er hat verkackt an den Seitenblock und hat danach noch einen Block gesetzt. So wie wenn... Wie soll ich sagen? Hattet die jetzt alle in der Base sind? Der Rote da. Ja, ich weiß schon. Ja, geil, was soll ich denn machen? Ich wollte mir gerade einen Sperl machen. Ging's. Einer ist weg. Einer ist da oben im Bett. Seh ich schon. Beide sind im Bett. Ja, wow. Wir sind wahrscheinlich jetzt tot. Nee. Gibt es aber nicht. Sind alle weg? Ja. Wir sind ein gutes Team. Das stimmt allerdings. Ich baue mich jetzt einfach straight in der Mitte, gell? Weil es baut sich schon wieder mit... Warte, warte. Einer muss mit Schwert zu Lila kommen. Äh, weißt du was? Kann einer mit Schwert zu Lila kommen? Please. Ja, sie sind so wieder in der Mitte. Warte. Ist hier jetzt wirklich auch mit... Weißt du was? Ich habe eine Idee. Weißt du, was ich in der Hand halte? Was? 13er Bogen. Oh. Hey, da kommt einer. Warte, ich baue dich ein. Offen. Achtung, der kommt da oben. Eigentlich müsste 13er Bogen ja instant fast sterben. Ja. Also, two shot. Er ist tot. Ja, dann. Schau mal, wie der baut. Ja. Offen. Das tot. Jetzt rührt sich das Spiel um. Ja, bleib base, bleib base, bleib base. Bleib base. Du kannst dir Eisen holen, aber bleib base. Ja, ich bleib ja base. Oh, der eine rote... Bauer. Oh, Lila ist weg. Der eine rote hackt halt. Speed. Haben wir vorhin schon besprochen, dass er hackt? Nee, nee, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Du hättest... Echt? Den Bow-Sperm er hättest du jetzt abschließen können. Der wäre jetzt in der Mitte. Du musst ein bisschen aufpassen. Warte, ich sie nicht mehr. Okay, sie wollen sich jetzt noch mehr. Das war gerade ein anderer. Der hatte gerade Speed und Jump. Wie heißt er? Das ist dieser schwarze oder dieser Nackenschelle. Nackenschelle, bitte. Als ob der wirklich Nackenschelle. Ja. Es kommt einer. Also zumindest hat er gerade angehabt. Alter, diese FPS-Einbrüche, ich glaube, ich kenne die mehr. Oh, so close. Äh, wo kommt er? Keine Ahnung, ich hol mir jetzt noch mehr Gold. Ich hol's den Save-O-Card, den schon. Ich hab ein halbes Herz. Okay. Ähm, gelb hat glaube ich unser Eis. Oh, 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 oh. Wo bist du? Ähm, geil, ich bin oben. Ähm, ich will mich in hohen Posten haben. Ja, kommst du wieder runter? Hast du? Tolles. Sehr tolles. Ich hab ein halbes. So. Lord, da ist einer. Ich bin da. Ah, da ist einer. Unser Bett. Aber die FBI ist immer wieder gut. Als ob ich ihn geschlagen habe und er trotzdem noch das Bett einfach in Ruhe abbaut. Egal. Zum Glück mache ich mir jetzt einen schönen Bau. Ich habe fast einen. Spammer kommt. Alle kommen. Ist noch Gold drückt? Nee, ich habe einen Bogen gekauft. Okay. Bote, Bote, Bote. Ja, der Spammer spammt mich einfach und die anderen kommen. Bote, Bote ein. Bote ein. Geil, da kommt ein Mikro. Gott, Digga. Alter. Hey, na? Hey. Ey, der spammt doch locker gleich rein. Ja, das ist ein Assozialer. Aua. Ja, er spammt. Er spammt einfach rein. Aua, ich bin fast tot. Geh raus. Geh raus. Ich kann nicht, Maul. Ja, er macht aber was Assozialer, was man machen kann. Hab einen. Wow. Wow. Gutes Spiel, da. Warte, ich mache es wieder. Was mache ich dazu? Brunzers und Brunzers. Weezy. Ja gut, das darf man zwar nicht schreiben, wenn man Bogen benutzt hat, aber... War leicht, Digga. So, weil die Runde ja überhaupt nicht lange gedauert hat oder so. Warte kurz, warte kurz, Augenblick mal. Die haben jetzt so... Warte, hast du jetzt die Pyra-Web? Ja. Okay, gut. Der Böbo ist drin. Der Böbo. Oh nee, Naruto und so. Oh, jetzt... Diesmal... Ach. Diesmal... Äh, diesmal Target-Mode. Target liegt auf... Target liegt auf gelb. Er ist da. Der Folge-Spammer. Ja, wir müssen auf... Äh, wir müssen Target auf gelb, dass das ganze Team von Graf... Die sollen mal alle... Äh, äh, alle aufhören zu Spam und dann sehen wir mal weiter, ob wir noch easy sind. Ja, ja. Wenn die ohne Ball spielen. Ja, der hat uns nämlich gespant, währenddessen wir da drinnen waren. Ja, ne? Vor allen Dingen, wir waren so... Wir hatten nicht so viel Equip wie die, wir waren viel schlechter als die. Ähm, das kann nicht gut sein, weil ich hab bestes Equip gehabt. Ja, aber trotzdem, die hatten ja alles Eisenschneid auf und so. Ja, ich weiß schon. Und die waren zu dritt, also... Ich bang die allein weg. Ich bang die allein weg. Rafa, XD. So, ich geh jetzt instant... Da ist Rot. Da... Okay, gegenüber. Gegenüber, wir gehen einfach... Oder wir gehen zuerst auf Rot, versuchen Rot. Nein, 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 nein. Dann gleich gegenüber. Ich wünsche, es ist egal, wenn Rot unser Bett kriegt. Egal was ist, Hauptsache, Gelb ist down. Ja. Ja, Hauptsache, Gelb gewinnt mich. Warte. Und dann scheint ihr Bett... Die Map ist... Die Map ist auch schön klein. Das Bett könnte man leicht easy fast rush holen, wenn man auch noch passt ist, weil das Bett ist ja gleich direkt. Ja, wir holen sie fast. Ja, ich nicht. Hä? Der hat einfach überlebt? Er... Er... Er kriegt mich einfach. Ja, er hat einfach überlebt. Bleib du Base. Bleib du in der Base. Ja, ja. Wer bleibt Base? Bastard. Ich nicht, weil ich dauere in FPS Einbrüche, aber das ist echt kein guter Vorteil. Ich muss mit, ich muss mit. Ja, ich muss ja auch mit. Warte, dann... Und ich kann nicht hierbleiben, weil ich FPS Einbrüche habe. Ja, dann kannst du aber nicht in PvP gehen. Ja, dann bleib lieber Base. Weil dann ist es besser, wenn du Base bleibst, weil wenn du FPS Einbrüche hast, flinkst du nicht. Der Rot will Incent zu uns. Ne, wirklich. Das war's mit Rot. Er ist tot. So, ich hole mir Incent das ganze Eis und hole mir ein Cripp. Gut. Rot ist weg. Ja, ich habe jetzt Rot geholt, weil ich habe doch keinen Bock, dass sie uns jetzt... Uns Cripp schlagen. Und genau dann, wenn du stirbst, ist das Bett weg. Wenn du zu Gelb Rush, oder? Das ist ein Klassiker. So. Ja, Rot wird kommen. Rot wird kommen. Einer zumindest. Also, pass auf, ne? Warte. Jetzt habe ich... Bleib lieber Base. Vorher dich noch hat, ich... Ey, der Bilbo killt mich. So, noch ein Roter ist übrig. Also, falls der... Ja, da kommt jetzt ein Leader noch, ne? Ja, warte. Okay, Gelb... Rot ist, kommt mit Down. Da müssen wir uns nicht mehr Sorgen machen. Gelb auch nicht mehr. Hä? Hab Gelb, easy. Pss. Warte. War leicht. Das muss sein. Ja, ey. Ja, ist ja auch... Das war jetzt wirklich gerade nicht besonders schwer. Ähm... Lila will, glaube ich, Seitenweg zu uns bauen. Sollen sie machen? Wir sind... Wir sind... Wir sind... Abos. Unser ganzes Leben. Ähm... Es kommt einer von... Lila. Andere Seite. Ich hole mir mal das ganze Eisen und baue mal ein Bett so richtig schwitzerisch ein. Ähm, da ist noch ein Liebner am Leben. Und der ist... Er noch am Leben. Er läuft. Der ist in der Mitte. Und der ist runtergelaufen. Perfekt. So, jetzt fehlen nur noch die gelben, die drei. Oh, die sind alle in der gelben Base. Okay, gut. Haben gewonnen, denke ich mal. Ich gehe jetzt los. Ich habe mich schwer. Ich habe... Äh, Fölico. Du hast instant den Gno... Gnommen gekillt, oder was? Ich habe kein Gekillt. Oder? Ja. Nee, ich habe einfach nur... Ich habe einfach nur Bett aufgebaut. Dann ist der Gnommen von ihm geliebt. Kann sein. Warte. Naruto. Der eine ist tot. Der eine ist tot. Naruto wird sterben, genau. Er ist tot. Ich bin... Okay, der letzte Gelber hat sich, äh... Wir haben mich von ihm bestormt. Okay, ich glaube, das könnte ein bisschen lange dauern. Das war... Das war jetzt nicht besonders schwer. Jo, ne, wollte ich Bescheid. Ach, war jetzt... Ich... 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 Komm, wir müssen jetzt schreiben. Oh, das war aber leicht. Nach der Runde. Ja. Das war aber leicht. Warte, erst mal mein Autotext. Äh, fuck. Fuck. Autotext. Das war... Aber... Erstmal richtig abfangen. Textback-Wechsel. Sie sind auch direkt geliebt. Ja. Wir müssen mehr Kekse essen. Ich bin da immer noch rein. Ja, okay, komm. Gehst du auf? Ja. Okay, ciao. Ich bin da. Ciao. User disconnected from your farm. Äh, nicht user safe, okay. Und wir. Okay, aber nur wir... Mach wir die Textback-Challenge noch, oder? Ähm, ja, eigentlich egal. Aber ich muss erst mal Minecraft wieder neu starten. Starte mal Minecraft neu. Ich... Warte. Wo ist mal? Mann, Digger. Komm, nicht schließen. Was? 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 Mein Handy ist schon wieder runtergefallen. Trauriger Moment. Es ist voll. Also bei YouTube ist irgendwie nicht viel los. Nee, ich sehe es. Ich mag das Textback rein. Und es wechselt zu Default. Das ist wie verarscht. Äh? Jetzt ist es drin, aber es ist einfach ein Default-Tacture-Pack, glaube ich. Guck mal, äh... Also bei mir machst du YouTuber, aber für dich machst du Streamen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Warte, wir machen die Textback-Challenge jetzt nicht mehr. Ich mach jetzt einfach irgendeins rein. Das, was mir halt ein bisschen gefallen hat, das mach ich ganz rein. Ähm, wir usen. Okay, nee, das hat mir nicht gefallen. Live-Zuschauer. Ja, ja. Darunter bin ich jetzt gerade. Wahrscheinlich ist der Like-Bot oder weiß Gott was. Oder vielleicht ist es Luxur, keine Ahnung, wer dazu gekommen ist. Äh... Rie-Wiegel. So... Da bin ich jede drei Sekunden vor einem Buch, das ist immer mein Problem. Kennst du das irgendwie so, dass du irgendwas gemacht hast? Ja, ja, kenn ich, kenn ich. Also jetzt nicht mehr, aber früher schon. Kann ich wieder Party schicken. Okay. Ich bist dann nicht mal online. Doch. Ich nehme mal das zurück. Nach dem Satz, Herr Schicksalm, Party. Da bist du auch nicht mal online, würde... Ohpala. Ja, gut. Aber das nice, finde ich einfach auf Rewy. Das werden wir zählen in eine Runde reingeht, ganz normal. Und die, die ist, Beispiel, 15 vor 16 und du bist halt in einer Party. Das, dann kannst du automatisch nicht rein-schönen, weil, äh, die Lobby voll ist. Nicht alles los, das finde ich eigentlich so recht nice. Äh... Du bist im Video. Heißt einer, du bist im Video. Bist du meine Mama? Nee, ich bin nicht deine Mama. Im Twitch oder was? Okay, na, ich bin nicht gay, tut mir leid. Wer war das jetzt? Äh, Twitchfire Alex, hat eh. Tut mir leid, ich bin wirklich nicht gay. Ich muss dir einen anderen suchen. Boah, ne, Spaß. Oh, schweiß. Bin 8. Bro. Warte. Ah, doch, ich kenne ich noch, ich kenne ich noch, ich kenne dich noch. Warte, doch. Doch, ich kenne dich noch, wir haben doch auf meinen Zug gespielt. Hallo, krank. Den kenne ich, glaube ich, schon noch. Supermachs zu Kassel, Fox, supermachs zu Kassel, gut gemacht, Kampferde. Okay, ich kenne dich doch noch. Hab mir gedacht, ich kenne dich nicht mehr. Ich kenne dich nicht mehr. Daweit kenne ich dich doch noch. Was mit Kattelholz? Das ist wiederum. Warte gelaufen, halt. Ihr kennt dich, ich glaube, ihr kennt die Springtaste nicht, alter. Was hieß das? Was hieß das, Kamu, das ist'n? Yeah, yeah. Äh, ja, ja, so. Ich würde mal sagen, das ist der beste Live-Streme bei you. Ja, die gut wäre es halt. Oder, ich kenne keinen besseren Live-Stremen. Ja. Finde ich auch so. das mache ich da eigentlich kompletten Bullshit was ich weiß beim Bauen runter und mach noch Block weil ich so zwei Blöcke geplättet habe weißt du was noch lustig ist weißt du nur wie ich dir den Block safe gemacht habe oder war er erinnert oder andersrum war das ich auch andersrum so oder ich glaub schon ich weiß es nicht ich weiß nur dass ich dir mal den Block safe gemacht habe ich weiß nur dass ich mal runtergefahren bin seit ich einen Block geplättet will und darauf dass man glaube ich aufgefahren ich bin sicher ob ich bin ich meine ich meine nicht so sein kann sondern auch in ihr das ziemlich nicht dass wir gerade angegriffen ich bin ich so aus nicht mehr erneut ich glaube du bist untergefallen und ich habe da ein Block gesetzt und ob es dann drauf gelandet man ist Scherf oder ein Block drops platziert sind ebenfalls wäre eigentlich auch ein bisschen logisch nicht hast du das Team schon mal gesehen Alter, okay, die kennen sich in meinem Welt was aus als ein richtiger Schwitzermann am Start ähm, okay das Mädchen hat mir gegeben wenn das ein Mädchen ist wenn weil ich kein Mädchen bruh dieser Moment, wenn man auf die Insel gewusstet wird von denen und dann auch einfach abrutscht irgendwann, da rede ich mit dir irgendwann irgendwann, ja genau okay, rot ist weg, das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt ähm, von das gegenüber unseres Team ein Target sein wenn du mit mir den darfst, ein bisschen harte Gangster Böck 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 Wir, auch nicht Malhe ich will se dem komplett allein Tandering Buch Gail die Gefangenheit die Gefangenheit auch wenn man nicht kann ich kann nichts manches Spenden ja kann man damit zu Rufzeichen Spenden und an den Linken von Klickenspapel Spenden anders habe ich noch nicht eingestellt aber du musst nicht spenden also nur wenn du willst es ist nicht verpflichtet jemanden zu spenden es kommt wer ich bin grad bei Lila ja ich weiß schon deswegen sag ich ja es kommt wer weil du bei Lila unterschied ja die haben das mit Eislöcke geschützt ja komm und das andere Team später spende ich okay ja kannst machen aber ich bin nicht mal so lange das ist überhaupt nicht dass sie das er da macht er springt unter der Sonne er ist jetzt auf diese komischen Kunde komplett aus Gratuliere an dieser Stelle mal dass das das ist ja auch erst weiter ja auch wenn sich zwei hochstecken er ist der eine oben stoppt an einen von den und anderen die Kinder und das ist genau gleiche tun ich bin ich sehe es ist ein Hallo Spender schon nie aber wenn du Rufzeichen Spenden eingibst, dann kommst du zu den Link, dass du es weißt. Ich fand den Moment ganz geil. Vielleicht ist die Blöcke richtig professionell und dann... Ja, ich baue mich jetzt einfach mit. Irgendwer will, glaube ich, irgendwas böse schreiben, weil Grün hat irgendwie... WLW geschrieben. Oh, dann kommt mein Vater und macht das dann okay. Nee, du musst aber nicht spenden. Also ich finde, Spenden... Es unterstützt mich zwar und es... Wie soll ich sagen? Ich kann es nicht sagen. Es motiviert mich auch, wenn ich Spenden erhalte. Da ist einfach dann viel motivierter Arbeiten und so. Weißt, was ich meine? Bro, nein, 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 Mama, nein. Also dann bin ich voll motiviert und so, weil ich dann weiß, dass euch... Wie soll ich sagen, dass ihr mich dann... Feiert, unterstützt und bla bla bla. Was bauen die Daten für einen Scheiß-Turm hin? Ohne Mist. Wer verbaut ist im Arsch. Okay, wir bauen jetzt... ... ne Moment. Bastet, du baust Bett ein mit Eisenblöcke. Gratuliere für diese Glanz. Barfeld ein ausgehauen. Barfeld dann. Barfeld dann. Schuhen ins Nämlichst Daul? Wegen Westspitze. Ich feiert dich. Ohra! Nice. Das freut mich aber, wenn du mich faust. Noch hier. Ich glaube, du hast recht irgendwie. Mit Twitch. Und was mit Twitch? und youtube über ich glaube irgendwie kommt da keiner nicht in die wirtschaft werden viel sympathischer leute sind wie wenn du auf dings gehst auf youtube auf jürgen ich war schon mal auf youtube und da ist eigentlich irgendwann nackt also jeden tag wie das machen so wie ich eigentlich nie weil ich ja jeden Tag was sie lieber streamen ich zum lieber als videos weil wir arbeiten ein so aktiv bleibt das schon ist komplett in der es wieder mit der Flur für mich nicht nur 50 L heißt dass ich bei den 10 und durch ich kuschelig der ist Lötter der Leistung der Teufeljahre muss da muss nur ein wie gelost werden als Reden mehr als auch mehr das ist das ich bin böse wie man es ist jetzt dass du böse bist wenn du uns magst oder wenn du spendest wie man es ist es ist jetzt gar nicht er liegt doch die Macht gibt er kann möglich sein leckend sein da wurden Nuku ihr habt ihr die Ambo jetzt 3.0 ich rufe auch mal gehen auf mich weil es kann ich ähnlich P2P machen weiß er wird ein Baust aber schließlich gibt es nichts auch bei der Mitte Eisenblöcke dies Akkis verschwäst meine Zuschauer und dann weil ich ja auf sein Kanal aus der Stoß um es ist ja was so wenn ich besser gesagt habe dann werde ich jedenfalls schieben beginnt als er es schieben natürlich werden die Videos nicht komplett bleiben Mann, Digga, das ist jetzt schon ein bisschen unfair schon wieder also man kann nur noch von oben durch Eisblöcke durch ok, musst du auch noch verbessern so, und ganzes Bett ist mit Eisblöcken zugefallen als ob er das überlebt hat, weil er so reinschwitzt mit wie soll ich sagen, mit mit der Rettungsplattform und natürlich Bow und so ist klar oder er packt einfach nur da unten ich hab einfach jetzt als Eisen so verballert für die Spät und für mir eine Rüstung ja, macht die Rettungsplattform haben wir das eigentlich genug Gold? wir haben keine genug und wir sind sicher jetzt hast du genug Dinger der Block ja, nimm das Gold äh, bett, 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 bett Dinger ein Herz was war das eigentlich? TNT du hast nicht zufällig Eisen? nein war da für'n Bogen, womit ich da sparen werde ihr ja, wow ich hab auch Bogen ne, fuck, ich hab den Job geändert wenn er nicht so einer Kante steht ja, ich muss mir jetzt drüber was holen wo ich mir die zur Mitte gehen nur mit, damit wir uns bei den Kopf absetzen wenn möglich äh, okay, ich werde zurück warum? ah, deine kommt das heißt, probier' du kannst dich nicht unendlich in den Kopf absetzen aber es hat gereicht für diesen einen Typen hier achso, okay ist, äh, ich ist es einfach schon ja, tut mir leid, ich ist es einfach guck mir, ich glaube ich hab' geschenkt für dich was denn? 21 Eisen und 4 Gold ja, gib hier warte, komm, wir gehen in Sicherheit ich hab' ich nicht bruh, ich bin zurückgepackt gerade oh, 12 Gold, sorry äh, da komm' da nach ach ich hab' getroffen husu stirbt alle ähm, komm rein, komm rein vielleicht treib' ich hin ich kann nicht mehr schießen, lol also wegen stand da was mit 5 Sekunden ne 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 warte, warte, warte kurz, warte kurz ne das ist halt jetzt nicht wirklich er, er regt sich jetzt über Spammen auf sein ganzes Team Spam-Dauer brauchst du, brauchst du, brauchst du, brauchst du Eisenschwert? ja, war geil, ich hab' zwar das Beste mit Holz, aber ach, das ist immer geil oh, bruh warum hab' ich mir wohl ein Bogen holt 2 T warte, wenn ihr jetzt TNT runterlasst, ist immer am Arsch, oder? ähm, ne ne also ich hab' ja flucht weg gemacht, also falls falls die Idee runde kommt sofort raus und den Kopf absetzen hast du Kopfwipps? ja, sechs Stück ja, gib' mal ein paar mal noch ein paar ich hab' jetzt, ich geb' dir insgesamt fünf Stück zurück von meinen neun ah, andere kommt hab' ich dich gerade gerettet dieser Moment, wenn man eigentlich gestorben wäre, aber man zurückgepackt ist dieser Moment, wenn ich ihnen so hart gegeben habe hier ist 13 13, ey, komm, du bist noch? das haben wir, glaub' ich hey, hey, na, na, na komm' du runter wie viel Gold hast du noch? ich ich viele ah, gar nichts viele, gar nichts also ich glaube, eigentlich besser wäre es doch, wenn ich sag' eigentlich, der Umland, der ist nicht tot also, ich hab' dich nicht ich hab' die Luft getroffen Digga, ich dachte mir schon komm, gehen wir mal nach vorne ich hab' die Luft getroffen, der wollte, ich glaub' ich ich hab' ihn so hinziehen oder so ich hab' aber grad auch jetzt haben wir uns aber gegenseitig das Leben gerettet, kann man das wie sagen? ja kann man ja ja aber ich glaube eher, dass Lila und Grün sich gegenseitig auslöschen sollten, oder nicht? ja, da war ich mir einfach Gold ja, wohl stärker und enderperlen und dann geht's ab ja, wohl enderperlen auf der mit einfach komplett sinnlos ist ja, weil man, du verkackst einfach mal ja, warte ich, bleib mit dir, ok, da ein Gold was soll ich mir kaufen? und Endergest und dann wiederkommen okay, und was ich nicht tot bin? dann bist du tot das ist eine tolle Sache, oder? halt einfach Kopf aufs bereit Interiebeshörer man sollte sich aber auch nicht hinter mir ist bei einer gewesen, wow hey, es ist so mies, mann ja, nein, Lila ist weg na wohl ja, Lila ist auch nur und so äh, das lustige warte kurz, ich muss kurz gucken lol, ich hätt mir man sollte so das lustige ist sogar ich hätt mir nicht mal das Ding kaufen können man braucht zwei Gold für das oh ja, ja, ja ich weiß, wo der ist der ist sogar zurückgepackt wie Gott gesehen ja, aber man soll sich sich auch nicht beschweren wenn das ganze andere Team mit Spamen anfängt wer hat eigentlich wenn er abgebaut ist? aufpassen, ober dir, ober dir, ober dir, hinter dir, hinter dir hä? da oben da oben da oben ist er, da oben ist er, da oben ist er, also da nein, schott es kommt wieder eine Mitte er ist mit der Sonne, er ist mit der Säge, oder du siehst ihn gegeben hat das bisschen anlädtet ausgeschaut naja vor allem ich hab'n so glaube ich noch gar nicht okay, warte, wo sind denn die anderen? ah, einer kommt die Mitte vor der anderen Zeit okay, siehst du, siehst du beide da, da da den anderen schießt den Hintern muss weg, okay, schau ciao man kann ja wieder kommen, hier oder nicht? ja, komm komm, 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 komm komm, 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 komm komm, 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 komm komm, 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 komm komm, komm, komm komm, komm, komm komm, komm, komm ja auch, alter deroder wenn du Lust hast wenn du existieren schon, ihren bist könntest du ähm wir Usen auch abonnenten falls du das noch nicht getan hast falls aber ich glaube es hat schon jeder wenn du Lust hast könnt auf mich abonnieren wenn ich raus glaubst du meine Videos ne, verstehst прост das kommt so nicht o einer hat das allen in die überhaupts br للat nicht sogar dafür hat sich heute in der Luft es ist das Problem ist ein Problem gerade ja wo ist das echt was ichFans ich werde überlebt ja gut dann wird man geschlagen so aber ist mir egal ich hab's nicht gesehen gleich wieder da ich muss kurz vorhin gut ich bin ganz gut aufgau ja ganz kurz und dann bist du mir aufgau so erstmal wieder erstmal spielen neu starten so 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 jetzt müsste man wieder was sie hier drei spiele ich einfach jude wird was es interessiert was ich spiele die ich es ja spannend das ich bin mal einer der Bedeutung oder der Skabel-Skinne oder der Rage Mode? Rage Mode, Rage Mode, Rage Mode, Rage Mode das ist keine Musik mehr drin tut mir echt leid, wenn ihr keine Musik mehr hört oder Werbung neulich bei den Hoopers so neulich bei den Hoopers so 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 3 ich dachte er schießt einfach zu mir Mannisch diga das TV gibt mir fast I'll be down with you again Bruh So I'm the best player I'm the best player I'll be down with you This is my best player Bruh Degg I'm the best player I've got to work Als ob sie beide auf mich gehen, hat er danach ausgeschaut, als ob er hackt oder war das die 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 da da werden werde ich dauernde der axel Axte doch mal den Nebel ein. Axte doch mal den Nebel ein. Axte doch mal den Nebel. Axte doch mal den Nebel. Axte doch mal den Nebel. Axte. 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 als ob wir die nicht haben doch ich bin zwar nicht da sei aber das mal heim sich Stimme für das war die Mütze an das hat diese nicht da ich leise er ist nicht da zu stört alle Betten er ist nicht da ich war gemütet jetzt zu reden ja kannst du ihn kannst heizulagen zu deinem Schaum Hallo Elisquack Keine Ahnung, wie ich den aussprechen darf Ja, ich... ich... Elisquack heißt er Ich hoffe, du sprichst trotzdem richtig aus Wer ist das eigentlich? Ehm... Freund von Claro Ich hab mir das recht getan Und ich hab... gewundert, warum ich auch nirgendwer falsch habe bekommen Unser Maid, ne? Der ist richtiger Profi Der was anscheinend sich wie Klan sucht Wirklich? Wer weiß das? Er guckt so Er hat glaub ich auch... Hat er irgendwas was passiert? Ja, guck'n darf man doch oder nicht? Buddy left or channel Hinter dir... hinter dir... hinter dir kommen wir gleich an Na? Ah, Dig, er... Er stellt sich in mir Oh! Ähm... Es ist geliebt, vielleicht Kann sein James... Komm Ja, warte Knusperpanda Ja, warte Okay, ähm... Einstein Oben aber Normalstein Ja, steh halt in mir, wenn ich baue Bett ist offen Bett wurde abgestaubt erfolgreich Kill wurde abgestaubt Kill wurde abgestaubt Kill wurde abgestaubt Nein doch nicht Der letzte nicht Ich hab' voll Bock auf Cola Hallo... So, ich hole mir jetzt wie das Kondom-Pack gerade Ich hab' jetzt gedacht, du schrei... äh, du sagst so, ich hol' mir jetzt Kondome Neee... das dachte ich halt Hab' ich doch... Neee... Alter Schwede Ich hab' immer noch Kopfweh Mus' trotzdem in die Schule Hashtag SetLife Ich hab' auch noch wir sind coole jungs ihr müsst auf meinen twitch kanal vorbeischauen das ist auch für coole junge gedacht ich bin jetzt ich fliege halt soweit im fly kommt einer also die ist ja warst du den bloxel von gießen der hat richtig komisch geschaut auto bloxel Bro, dachte ich mir auch gerade. Who is dead? einer kommt unser bett ist weg oder das ist so dumm von ihm so dumm ich habe immer noch ein durch was kann ich dagegen vielleicht was dringend ich weiß aber nicht du willst du den eisen nicht du denkst hab das bett nicht bekommen weil ich bin fast bündchen fehler komm holt euch das bett mann dicker jeder kämpft sich in das loch rein kommen wir mit voller kippen kopp also Ich hab also die Tarte gedrückt, wenn ich auf sieh'n. Ich hab also die Tarte gedrückt. Ich steh'n. Hey, ist Mushroom Soup in unserer Party? Ich hab auch schon die Tarte gedrückt. Ich glaub' nicht, warum? Er ist uns schon wieder nachgejoint. Das würden wir bei Tab sehen, aber ich glaub' er ist einer von unseren Freunden. Nee, nee, weil ich geh so in ne Runde ein. Mushroom Soup hat das Spiel beigetreten, Bastard Let's Gay hat das Spiel. Ich Usakil hat das Spiel einfach beigetreten. Ja, aber er ist einer Freund, aber Party ist nicht, das muss er auf der Tab sehen. Und da ist bei Grün einer, der heißt Minecraft ist coole. Nee, Minecraft ist ja scheiße, deswegen spiel' ich es. Minecraft ist coole, hat das Spiel verlassen. Bruh. Hä? Weißt du, wo ich bin? Nee. Wo bin ich bei dir? Gar nicht. Ja, ich bin nämlich noch in der Wartelobby. Bruh. Ich bin noch in der Wartelobby. Warte, kriegst du Schaden? Also, spring mal irgendwo runter und versuch' Schaden zu bekommen. Dann müsstest du vielleicht beim nächsten Mal hier spawnen. Ja, ich kann einfach da bleiben. Ich sterb doch nie. Ich versuche einfach, dass ich jetzt zu viel Fallschirm bekomme, ok? Einfach neben meinem Handy schauen. Um was geht's bei euch? Also bei dir. Ja. Ich finde es gerade sehr lustig, dass ich immer noch da bin. So, jetzt bin ich da. Es kommt einer. Oder doch nicht. Purp. Weißt, ihr schafft es nicht, dass sie ein Team auslöschen. My first rush, Team ist weg. I'm the boss. Hashtag fluch nix. Ja, Hashtag push für ihn oder für mich, ich weiß nicht. Ja, nee, er kann... Am besten beide. Nee, du kannst ihn nicht aufnehmen, du hast ja einen Grund. Und es gibt da Leute, die machen das, weißt du, weil Spaß und so. Und wieder im Wett-Tot. Zuerst bin ich in der Lobby. Well, was wollte der versuchen? Ähm, schaltest du bitte den Roten aus, der was da schön gold safen will? Dankeschön. Bro, ich hätte auch der Betten quell kommen, wäre ich nicht so inkompetent und springe bei letztem Bett einfach runter. Ja, Wolkenglücke sind da. Ich hab Wolkenglücke gekauft, Mami. Mann, der hat mir mein Bett abgestaubt. Wollte er alle Betten haben. Von ganzem Spiel. Aua. Okay, zwei, ein gelber, zwei grüner. Ein gelber, zwei, drei, zwei, drei, 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 drei. Ein gelber. er schlägt mich einfach mit dem schwertig beim kommen ja noch bei ganz mein notepäckstick ja stehe ja genau ich bekomme da nicht ich bekomme als ob ich die hitze jetzt stecke ich wirklich gar nichts mehr ich schlage nicht ob jetzt nicht rein einfach gar keine könnte es stehen wenn ich ein paar nicht dann bekomme ich bekomme alle nicht rein spiel denkt sich auch noch nicht jetzt ist er gestorben und ich kann ja 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 Bro. Also bei allen von uns hat. Das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Das ist eine Maschine. Das ist eine Maschine. Oh das war aus Versehen, so wie meine Killer- oder das war aus Versehen. ich bin außerdem noch falsch das hingekommen, muss man so sagen, ne? Ja, das wollte ich als Blade die Ausrede nutzen für das, was nicht gebannt wurde. Aber ich habe keinen Bock, dass ich das alles in Worte schreibe. Weiß, was ich meine? Ja. Du verstehst das schon. Checking you das. Dieser Moment, ne? Wenn man in den Twitch-Chat guckt, ne? Ja, ja. Und dann steht, hi Bartz, das wird man jetzt weg, ne? Und dann kommt einer namens Flonix und hat geschrieben so, ja, Hashtag Push. Ja, habe ich hier gesagt. Ich habe sie mitbekommen. Mann, du bist ja komplett behindert. Sorry. Bist du auf den Kopf gefahren? Ah. Äh, warum bist du nicht dumm da? Ich weiß nicht, okay. Ich weiß nicht, aber wir tun doch Party. Okay, dann trennen wir so nach. Ich habe das Gefühl, dass ein gewisser Keks in Team Gelb lebt, der ist gerade gestorben. Hä, was ist mit dem? Nee, Alter, ich baue mich jetzt einfach auch gerade. Warum baut mein Team so hoch? Bro. Digger. Als ob die Ruten so Pech haben. Tschüss. Er liebt einfach. Er kann Bock haben. Tschüss. Ich kann nicht verkaufen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. So, jetzt nochmal Gelb, dann nächste Runde. So, jetzt nochmal alle killen. So, jetzt spielen die noch mit Gold. Komm schon Leute. Tööö. Beste Krupp im Handel. Die Ticken groß oder grande. Grande, grande. Chillen wässlich, chillen Yakuza. Cash in der Replay, BlueJeans. Vom Kopf ist Pusse in Gucci. Feuer. Andere, Aligo. Ich stelle paar Kilos, entwert von einer Million. Wie ma Pam, weiß Albino. Du siehst mich wie den Nero im Casino. Killing Chris, den Met in meinen Air Max. Gibt Gartenflüchte vor dem Kopf und frotte mein Mercedes. Balance genug für den AMG. Chill im Block, dich chill im Atelier. Gibt kein Fick für Mogen im Gefängnis. Doch kein Problem, den KMN bist du negendin. Was sagt die Odomatik? Mach mich auf Pablo, ich hab alles schon gesehen, Bruder. Den besten Kurs im Handel. Das hab ich gesehen. Das ist auch lustig gefunden. Aber natürlich. Das war doch der geilste Move ever, oder nicht? Wenn man so einen Full Equip mit Spitzhack gemacht. Ja. Ja. Äh, wo ist der zweite Gelbe? Wen meinen? Und der, was nicht in der Base ist. Okay, der steckt sich gerade mit irgendeinem Hoch. Frage, Frage, Frage. Ja, der will einfach den Grün killen. Und der Gelbe ist tot. Ich hab's Gefühl, dass der Grüne... Ja, der Grüne hat einen Angel, ist geil. Und bleibt aber auch im Turmobil nur runterangeln, wenn jemand sich hochstackt. Ja, schlau würde ich eher wirklich bezweifeln. Aus der Höhe, wo man nur überlebt, wenn man Cop-Up-MLG macht. Ja, dann rat mal, was ich mache. Und, oh, grün, der Problem gelbe ist raus. Was will er machen, Alter? Er baut er sich jetzt so eurer Base oder so, oder was los hier? Er baut ihn noch weiter hoch. Er springt ja einfach nichts. Und wir holen uns einen Bau und dann hat er völlig dick reingeschissen. Er ist genau circa jetzt gerade über dir. Aber wenn er runterspringt, hat er nichts davon. Das Schlimmste wäre so, wenn du so kein Bett hast und du so jetzt so siehst. Achtung. Glück gelaufen. Ja. Ja, ist gut. Ausgesehen. Ausgesehen. Ausgesehen, dachte ich. Ich habe einen finalen Kill dazu bekommen. Gutes Team. Bist du reingekommen? Ja, bin rein. Hey, was war das vorher? Bei mir stand nicht mal, dass Premium gekriegt hat, oder so. I don't know. Na gut. Joshi Simon. So, jetzt war. GG. Ja, GG. Ich gehe an dieser Stelle mal. Ich sage nichts. Ich war fast auch nicht gelaufen. Du bist hier, ich stirb zweimal. Man läuft runter, man stirbt. Bro, der Mate denkt sich, bro, der andere Mate denkt sich, was wollen die probieren? Was? Sie stehen beide da, machen beide so, dann fallen wir so und fallen runter. Genauso. Ich wollte das eigentlich nicht kurz. Fastbitch aber für sich anslegen, weiterbauen versuchen, oder? Ne, kann ja sein, dass sie Dings machen, wie heißt es? No-Shift-Schlimm? No-Shift ist zu einfach, ehrlich jetzt. Und ich? Vielleicht Moonwalk, Breezley, keine Ahnung. Man, ich bin zu schlecht, umzubauen. Falls sowieso, dann brauchst du gar nicht. Leute, weil ich 100 Dings auf Netze habe, ne? Erwarten sich Leute so, dass ich die instant pushe. Ich bin kein Push-Kanal. Bruh, bruh. Bruh, 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 bruh. Bruh. Bruh, 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 bruh. Das erste Bit. First Rush, natürlich. Was erwartet man? Was hat sich der Blaue gerade dafür erwartet? Hä? Der kommt her, weil er mich mit Glück geschlagen. Ja, gönn sich halt. Oh, ein bisschen gelb. Da ist aber noch ein grüner unten. Also, B, hast du ihn denn wirklich übersehen? Sag jetzt nicht, dann hast du ihn übersehen. Sag jetzt nicht, dann hast du ihn übersehen. Weil ich hab das, warum, David. Das ist der Seite, mich. Warum, wenn du nicht zu einer anderen Teigen gehst? Der believes hat. Warum, welche, welche Gründe, da ist doch keiner. Den was sogar gekriegt hast. Da steht sogar, das ist die Ziele, oder auch. Scheiße, dass die da bist du. Ich bin zu doof, wenn du es wärst. Man will ja, mit ihm sein Teil an. Haft, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so legit ausschaut. Wenn er sich einfach umdreht und keinen Knock bekommt. Nee, geh auf blau. Ich bin einfach zu schlecht, ich gebe es zu. Ich glaube, der Typ ist aber scheiße. Ja, und ich bin einfach zu schlecht. Okay, setz dich in den Kopf rein. Bruh. Bruh. Man kann den aber nicht hippen mehr. Ja, dich hat aber der eine überlegt, der was einfach da stand, beim Bronze Spawner. Verstehst du nicht? Ah gut. Kann man ja mal machen, oder? Ja, bin ich auch davor. Ah, jetzt ist er, ich bin in den Kopf. Ich habe vorhin die Tech-Tapacks gefunden, bei randoms Aim-Pack, Version 4 wahrscheinlich, Punkt-Zip. Leck, komm, oder leck ich? Inwiefern, dass plötzlich alle Spieler stehen geblieben sind, oder was? Ja. Äh, mich wurde gekickt. Bruh, sag's mir erst jetzt. Oh, 127, jemand hat mich abonniert. Ja, ich weiß schon, aber ich hab das nicht eingestellt, dass wenn dich einer abonniert. Ja, ja, das ist ja. Das ist ja immer noch meine Einstellungen und ich mag jetzt nicht wirklich. Dann wüsste ich meinen Stream beenden und darauf hätte ich nur Bock. Einen aktiven Zuschauer sehe ich gerade. Ich hab zwei. Ich weiß auch nicht wer. Das bin ich. Und Nightbot, oder? Ja. Also haben wir eigentlich gar keinen Zuschauer. Genau. Kill-Oder, schön. Extrem. Das Lustige ist, dass du jemanden ab... Hi. Moin. Hi. Du bist ein Kill-Oder. Ja. Also was meinst du jetzt? Ich hab gerade gar nicht zugehört. Das Moment. Hier ist dein YouTube-Channel. Wir Usen. Wir Usen. Wir Usen. Und auf Twitch auch. Ich hab mich gefunden. Ich hab mich gefunden. 118 aber nennen. Äh, 110. Wie bitte? Seid ihr das? Ja, ja. Habt ihr 110 aber nennen? Ja. Naja, ich hab ich gefunden. Guckst du jetzt mal selber macht oder hast du so ein Template? Hm, Template. Soll ich mich jetzt machen? Ja, gerne. Ich hab' meinen Trost konnte ich mal aber jetzt nicht mehr. Bei euer Trost ist sowieso dreckig. Unser! Okay, da ist einer. Kann mir euer Trost nicht geben. Okay. Okay, das ist dann. Beide? Wann ist nämlich zwei dort. Das ist im Moment, wenn man plötzlich im Menü ist. Ja gut. Wenn man mit der Maus schlägt. Mann, ich will einen kurzen Kürbel haben, danke, Mann. Der Kto. Oh Mann, warum baut sich jeder? Warum baut sich jeder hoch? Das bringt den hier. Oh, der ist da oben. Boah. Wer hat belastet? Ich schreibe euch dann in die Kommentare, wenn wir einfach mal zu machen. Ich kann, warte, ja, okay, schreibe einfach in die Kommentare. Oder, nein, nee, warte, schickt mir eine Skype-Friendschrift-Frage einfach. Hast du Skyped? Warte, gehen wir zur Twitch für die User, okay? Runter. Ist besser. Ja, warte kurz. Okay, ja. Jetzt hat nämlich nicht jeder topbar, weil mich fuck das auf jeder kommt rein und redet. Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwer hat mich ja wohl nicht gerade durch den Stream. Nein, es freut mich. Weil es gerade so freut dich. Freut mich, habe ich gesagt. Übrigens habe ich jetzt gerade das Aim-Pad. Auf dem Bad steht einfach Aim drauf. Ja, aber du hast keine Mänen. Also das Hardkreuz ist mittelgroß, glaube ich. Aber weiß ich wie. Also so, bis ich... ...was Hotel drauf. Ja, hab's gesehen. Kommst du alles? Ja, gern. Bisschen was. Brauchen wir uns jetzt von da. Oh, er versucht Breezeley. Warte, versuch ich auch mal. Bro, ich habe die falschen Blöcke ausgewählt. Es gibt immer so zwei Blöcke, gell? Ja. Also zwei Slots von Blöcken. Ein paar sind halt echte Blöcke und die anderen sind halt die unechten Blöcke. Ja. Und die unechten Blöcke, wenn du die auswählst, dann packen sie sofort zurück und das war bei mir so. Und ich denke mir so. Also, ähm... Weil wenn du manchmal so Blöcke so mit so... Beim alten, beim neuen Schock, glaube ich, war das. Alles klar, bau da ein Stein hin, wo nicht mal das Bett... Was macht ihr da? Guck mal, wo der das Einstein hier packt, hier. Nein, dann ist Leck nur bei dir. Ach, lieber SRRTL. Als Migrantenversorgung. Ja, ohne Spitzacke gar nichts. Ich tage dazu mal nix. Das solltest du auch nicht. Wäre nicht gut für dich. Sollen wir dich jetzt kämpfen lassen, oder...? Nee, mischen wir uns ein. Welches Team? Keine Ahnung, ich grüße mir einfach mal. Bruh. Ich muss dir dann gleich das zeigen, wie der unser Maid das Bett zugebaut hat. Ich hab grad zwei Spitzer hier ist ein Spiel. Schau, der macht hier Einstein hin. Das ist schon... ...und ich muss mal wieder aufhören. Irgendwann wird schon aufhören. Nee, schon mal. Ach, Mann. Weißt du, dieser Moment, wenn man so schlagen will, denn man kriegt einen Hit-Bug rein. Ähm, und dann kann einer, also der andere Maid, von durch den anderen Maid dich durchschlagen. Richtig lecker. Ey, was ist das für ne Musik, wenn das Bett weggeht, Alter? Ja, was weiß ich. Hate you, I love you. Hate you. Äh, meinst du jetzt bei mir oder bei dir? Bei mir. Alter, mein Nock, hast du das gesehen? Sieh dir am Ende des Streams noch. Oder einfach so am Ende des Abschnitts einfach mal den Stream an, Alter. Ich muss dir meinen Nock geben. Also meinen Nock vorher. Ich bin einfach nur in der Luft. Zwar richtig weit. Digga, er baut es halt so dumm zu. Ich meine das jetzt ernst. Und so, jetzt baut es wirklich dumm zu. Jetzt steht doch da aus, Loch weg. Ich springe halt drüber. Ja, Mann. Alle Betten rasiert. Was? Alle Betten rasiert. Vom, ähm, was ich wollte, so nämlich das Bett abbauen, denn da stehen alle in mir drin. Und ich bin zwar eigentlich jetzt nach oben, aufs Dach vom Bett, baue es dann da ab, ob da noch einen mitgekriegt hast. Boah, ich habe alle, glaube ich. Mit runtergefallen? Ja. Nein, einer ist am Leben. Oh. Dachte, ich habe alle. Ich habe aber den, der, was ich, äh... Na gut, aber wir haben trotzdem gewonnen, aus dem Grund, weil wir es gewonnen haben, weil ich ihn runtergeschubst habe. Der war komplett brain. Du musst dir dann das geben, wie schlockig ich bekommen habe. Bad game, bad game. Warte kurz. Warte, komm, äh, 3, 2, 1. Habe schon. Meinem... Oh, Deutschprofi. Deutschprofi. Ne, pfui. Glaubt, die sind richtig salzig gerade? Loll, nicht gerade gut reingegangen. Ja. Geht zu, Lott. Bin aber nicht mitgekommen. Bin aber nicht mitgekommen. Ich muss lieben. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe einfach draufgepieffst. Hat geklappt, oder? Ja, hat geklappt. Daken, komm, hi. Warum zeige ich eigentlich Pies, wenn mich keiner sieht? Du willst gerade so über Face gemacht, vielleicht. Oh, schau mal Team Blau an. Warum? Wer ist da? Der Mini-Mini. Wer ist da? Warte, scheiße. Wer ist da? Ähm, voriger Runde. Die, was in BG geschrieben hat. Nein, pfui. Deutschkänge. Also, ich glaube, wir sollten die Autotext erst danach machen, weil ich glaube, dann gibt's Target. Ja. Ich glaube, ich gehe auf... Ich habe gerade für einen Moment überlegt, welche Map haben wir denn jetzt? Gehen wir auf Blau. Ähm, da drüben ist... Ja, da drüben. Wait, 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 wait. Wenn das stimmt, ne? Wenn das stimmt, was ich vermute, dann ist das okay. Was? Es gibt nämlich YouTuber, der hieß Itz Snake oder so. Und der macht auch Minecraft und das hätte der sein können, der mit Itz. Weil man muss sich ja nicht immer so nennen. Ja, gut, das kann ja sein. Und nur, er kommt mir bekannt vor... Er hat halt... Irgendwas mit 200, glaube ich. Ich habe mich zufällig getroffen, also... Gesehen. Video. Okay. Mein Gott, ist gut angeguckt. Bruh. What's a mate? Ähm... Ich glaube, es muss sich direkt dahin, oder? Und in keine Geldschwins zu bereiten. Ich glaube, es hat gerade für mich richtig komisch ausgeschaut. Weil ich einfach dann zum One-Stack-Fast-Bitchen aufgehört habe. Und dann auf einmal zum Gruppe-Bürstchen. Ich glaube, wir gehen zu Gelb, aber die sind gleich ebenbürtig hoch. Können wir auch machen. Ne, warte, äh, blau, äh, grün geht schon zu Gelb. Brauchst nicht. Geh zu Blau, geh zu Blau, geh zu Blau. Stomp ihn. Nice. Hast du, willst du es in gerade Suicide? Bruh. Wollte ich nicht, aber ich bin irgendwie nicht gesprungen. Und irgendwie ausgerutscht. Also ich wollte ihn eigentlich nicht Suicide. Bad Game. Alter, Digga, der ist schon wieder. Digga. Ich habe zwar das Bett, aber ich habe dafür so hart reingerazert. Jetzt versuchen wir unser eigenes Match-Streib-Bad Game. Unser eigenes Match-Streib-Bad Game. Unser eigenes Match-Streib-Bad Game. Psst. Also, fuck. Ich sage es dir auch noch die ganze Zeit. Warte kurz. Warte, 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 das sage ich dazu. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum unser Mate sich gerade vorher in unserem Wett eingebaut hat. Da eine ins Nass-Di laggt. Blanky, sorry. Fick. Genau, alles klar. Stormpile. Fick. Oh, ich glaube... Ich glaube es kommt mehr zu uns, aber der hat so viel Falsch anbekommen, ich sag's dir. Ja, er baut sich halt noch weiter hoch, ist halt richtig schlau. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, okay? Oh, gelb. Bruh. Na, ist leicht. Ich hab grad gesuicide'd und das Schwert hat ihn einfach gekillt, weil er so viel Schaden schon bekommen hat. Sag ich doch. Ähm, blau. Wo? Ah, der hat genau, da, hi. Ist er tot? Hast du ihn gekillt? Nee. Oh na, springst du jetzt auf mich? Springst du jetzt auf mich? Hat Spaß gemacht, den Block Save. Welches Bälle sei ich jetzt weg, also gelb? Ja, TRU. Herr, total klar war es gar nicht. Warte, Gott. Warte, Gott. Es ist da. Und ich fällt drüber. Dann bleibe ich da. Warte, Gott. Zwei Mann, von der Sicherheit. ich jetzt sagen wer ist jetzt eigentlich weg nur gelb gelb ist komplett raus so leute jetzt muss ich euch irgendwie unterhalten mir fällt jetzt aber nichts ein was ich sagen soll falls ihr neu seid jetzt gerade egal wer zuschaut könnt ihr auch den kanal von videos abonnieren plus auch falls ihr bock habt und halt mein video style mögt auch meine videos genauso wie ich heiße es jetzt gleich so bin wieder da ich habe es ein bisschen unterhalten die leute hier das will ich ja nicht wissen was du gesagt hast mann alter bei denen krieg ich immer den hitpark rein aber nur bei dem der die das max sowie werden getargetet von grün und von wenn ich jetzt wenn wir das was hier dann ist es belastend ist ja kommst du spring spring noch mal und dann war sie und einer Hund alt was mach ich denn da schon wieder und so kristend hauert und somit ist wir müssen lol fest lol welches team ist viele teams ja genau Ich komme an den nicht mal ran. So als hätte er eine 10er range, Alter. Ja, übertreib halt. Weißt du was eine 10er range ist? Von da bis der Base. Ich kann an den aber nicht ran. Ja, aber trotzdem keine 10er range. Von da bis zum Ende der Base gehen wir sind zu zweit. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Kann aber auch sein. Der andere Made ist AFK. Und der andere ist gelieft. Und jetzt kommt einer. Und noch Target. Das kann ja nur gut laufen. Müsst ihr es irgendwie schaffen, dass wir ein Team auslöschen? Okay, schaffe ich schon. Irgendwie. Schaffe ich. Ne, ein Team wird jetzt mit Gold spielen. Grün. Alle auf Grün. Grün spielt mit Gold. Warte, mach du den, mach du den, mach du den, mach du den. Alles klar. Verdammt sind für dich. Verdammt sind für dich. Nein, mir ist es mit der Laura. Okay, ich bin jetzt. Ich bin jetzt auf Laura. Das war ja alles. hast denn ich habe das tut weh grün hat schon Digger dead saftiger block safe der block safe der war legend meine gut GF meine GF was meinst du mit GF so endlich Hintergrundgeräusche Digger hast du den safen block safe gesehen hier alter der war geil jetzt noch alle umbringen den musst du dir ein Video anschauen das sieht so Digger ne er spammt hat eine freundin Digger gönnt ihr hat eine freundin ja was war das was war das bitte einer spammt von grün dauer er hat mich getroffen ich bin runtergefallen habe blocker menschen gemacht ich bin aber irgendwie immer in der Luft rumgepackt so frameartig irgendwie so oder dass ich in der Luft glaube ich sogar so unsichtbar kurz war und so weiter komm spring er hat sie verliebt ja ich spring immer so runter hä wow so wieso macht er so viel Schwerb in der Luft Digger macht ihr gut oder wenigstens ein Schwert er hätte einfach schon lange runter springen können dann wäre er jetzt auch nicht gestorben aber Fynn ist weg nice Spammer sind weg aber das fand ich grad der Moment fand ich grad richtig komisch das lustig ich hab nicht erwartet dass er so richtig viel Knockback bekommen hat ich hab ja nur mit Schwert geschlagen ich hab nur mit Schwert geschlagen ich hab nur mit Schwert geschlagen und der hat so viel richtig für den Knockback bekommen so noch die blauen die Veggieburger und die Snacky so noch die blauen einen habe ich glaube ich oder den nicht der will ich scharfe runterlassen scharfe Spitter ne 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 er hat's überlebt doch nicht im ich bin bin ich noch gestorben kennt ihr diese Challenge wo man Texte aus dem Lied nehmen muss ja die Challenge kenn ich die Challenge kenn ich meinst du ähm Whatsapp Prank oder was ja die Challenge kenn ich hatte jemand schon was gespielt ne zum Glück nicht aber ich seh öfters mal so What a Prank fett richtig so am eskalieren oder so ich bin dann so noch am eskalieren sowieso das ist nur Clickbait oder Whatsapp Prank an den und den oder kennst du so sad story of wets whatsapp ne ne und dann die richtig komisch sind wo du dir denkst das wird nie im Leben passieren dass eine Mutter zu nem Freund von ihrer Tochter schreibt mit Herzchen schreibt what the fuck hallo 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 da denkt man sich doch what the fuck geht ab mit dem mit der Welt heute o hallo na ich muss kurz mein nack du arme Schwein nack 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 Ja. Oh, ich wollte ihn. Ah, fuck that. Weißt, ich denke mir immer, er schreibt mir einen Chat. Nee, da war es das Musikbot. Nightbot. Den, den. Warum bin ich Platz 300? Was bin ich für Platz? Warte kurz. 492. Das ist aber auch schon krass. That's all. Da bin ich 33.000. Das ist auch richtig schwer. Ja, das ist jetzt all zu schaffen. 47.000. Oh, Grünkopf. Hi. Ja, ich habe ihn durch die Wand geschlagen. Und das wird wörtlich durch die Wand. Aber es gibt auch manchmal diese Bugs, wo so ein Körperteil von einem Gegner durch die Wand guckt und dann kannst du ihn durch die Wand schlagen. Nee, ich meine, das war kein Bug nicht mal. Also. Was ist mit mir los? Ich habe schon wieder Block safe. Warte, ich habe nicht. Warte kurz. Darf ich kurz mal was machen? Ich muss hier was demonstrieren. Ich habe schon das erste Bett. Und ein paar Leute. Der erste verletzt das Spiel schon. Obviamente ein Blauble. Du weißt, zwei versuchen, mich runter zu bekommen. Alter, ich habe gerade so mit der Maus mein... ...weil jetzt runtergezockt, ne? Ja. ...dass fast mein Mausbild vom Tisch gefallen ist. Nee, du wolltest es nicht, Gold. Mann, du musst jetzt abstrauben, komm. Danke. Danke. Ich muss gleich drin. Okay, Dark. Okay, Dark. Viel Spaß. Fußball wahrscheinlich. Ich mag Fußball nicht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber jede ist eine Sache. Als ob ich jetzt... Digger, diese Leute... Was denn? Jetzt mal ehrlich. Ich habe gerade auf das Bett von Grün abgeschnaupt. Ich habe den gerade runtergeschubst, nachdem alle Roten gekillt haben, weil ich ein halbes Herz hatte. PvP, Palle, PvP. Genau. Easy, oder? Nee, oder? Gerne dir. Nee, ich bin tot. Warte, was? Ich habe zu wenig Life. Hast du irgendwas gesagt? Wir haben nur irgendwas im Internet gerade husten hören. Nee, das kann sein. Aber... Oh, da ist der PvP, Stevie. Bei mir ist er auch der PvP, Stevie. Hast du die zwei Black-Gag gesehen? Ja. Ich weiß nichts. Ähm, der Stevie ist übrigens bei mir grün bei ihm, und da kommt noch einer. Ja, das kommt einfach... Warte, hab viermal in der Woche, das vierte Mal ist in meiner Akademie. Übelst anstrengend. Okay, ja gut. Ich verstehe. Akademie, was? Ähm, Palle, PvP, kommt. Was ausprobiert. Ist hoch. Gott. Es ist mir da, ist dir das aufgefallen? Ja, ist mir aufgefallen, weil ich daran gestorben bin. Was? Oh, Pett, wieder zu. Ich habe gesagt, nein, grün. Böses grün. Ich habe gerade unsere Melke gegeben. Hast du das gesehen? Ja, hat auch nichts gerafft. Obwohl unser Melke-Klima hat, hat er nichts gerafft. Ja, gut, das... Digga, der was immer kommt, der was, ähm... Die hat den besten Namen, Skillfaktor. Die hat... Ja, gut, er bekommt unter der Luft kein Knockback. Ja, gut. Achso, okay. Und, wir sind alleine. Zu zweit. Na gut, schaffen wir nicht. Pass auf, da ist wer... Hä, warum fliege ich da raus? Aber der Stevie bleibt einfach stehen. Liepfe. So, so der eine, der... Wie heißt der nochmal? Der Lila-Tee, der bekommt 0 Knockback, der fliegt gar nicht. Okay, muss los. Bye. Bye Dark. Jetzt mal wirklich der Lila... Lila... Denkst du, der fliegt? Ist gar nie geflogen, Alter. Ne, dafür müssen sie zu meinem Team kommen, ne? Er schreibt wenigstens ein gutes Spiel. Ja. Und nicht zu meinen Leuten, die easy schreiben. Ja, wurde es gar nicht easy. Ähm, unser Mainstream hat 2 Likes geschafft. Mainstream hat 0 Likes, weil es nicht geht. Ja, mal. Ja. Weil es will, äh, weil... Genau, weil es will, weil es will, weil es will. Ja, ich will ja nicht. Ich will ja nicht. 2. Ja, bei mir, ich habe ja kein Nightbot, eh. Und ich gucke auch selbst nicht jetzt. Ja, ich auch nicht. Mich zählt der nicht. Ja. Jetzt sind es drei. Gefließt. Die ist da. Hallo, dann sagt uns das Zuschauer. Und bin da ein Beipfung. Nein, du hörst doch mich. Ja, stimmt. Keine Antwort, einfach. Nein, nein, du bist toll, du bist krass, du bist killer. Soll ich das hier jetzt gut verstehen oder eher schwulhaft? Schwulhaft. Schwulhaft. Alles klar. Aufgabe. Antwort. Ja, stimmt. Autotext muss ich ja vorher einstellen, ob das jetzt at all ist oder nicht, weil sonst geht das nicht. Ähm, ja gut, ich hab richtig viel Geld. Einfach ein Franz. Einfach ein Franz. Geiler Name. Böh. Böh. Gelb, du böbelst es. Oh du, okay. Warum eigentlich auf Gelb? Ah, wegen lila Tee. Warum? Kennst du lila Tee noch? Der eine, was gar kein Knockback bekommt. Der fliegt gar nicht. Wirklich gar nicht. Outgeplayt! Ich hab's gesehen. Was ob du? Es hat geklappt. Es hat aber geklappt. Ich dachte ich hab einen noch, aber nee, ich bin zu duft. Lieder Tee ist dead. Der hat mich null geändert. Nächstes ist dead, Chaos, Flow, irgendwas. Es hat einfach wirklich geklappt, Alter. Mein Outplay. Der hat nämlich hochgebaut, ne? Damit das dann noch nicht stompend kann. Ja, dann an der Seite. Ja. Kenn ich schon. Und der andere hat sich gerafft, hat mich falsch geboostet. Und wir haben ein weniger. Der hat neu gelegt. Alles klar. Ja, weiß. Gomme. Gomme. Genau in dem Moment packt der Gomme. In den scheiß Block. Es ist wer bei uns im Bett. Ich glaub jemand darf zu uns. Es ist wer bei uns. Okay, jetzt nicht mehr. Warte, ich helfe mich mal. Er ist tot. Okay, das ist... Tee, ja. Du hättest den 1 sehen müssen mit Paluten-Skinn. Ja, wie heißt der? PvP-Palle. 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 Ich schwör, den hab ich so Art gegeben. Jetzt mal ein Neujoke. Der war vorhin auch dabei. Ja, ich weiß aber trotzdem hab ich ihn so Art gegeben. Er kann verkaufen gehen. Grün will mit Gold spielen. Geh auf, grün. Der schubst mich runter, ne? Ich überlebe das mit einem halben Herz. Er springt auch runter und ich klinne dann, weil er dann auch so ein Herz untersucht. Ja. Ein trauriger Moment. Ja. Und er dachte so, ja gut, er ist jetzt tot. Er hat mich dann nicht mehr gesehen. Warum will er mich suiciden, wenn er ein Herz hat? Oder warum will er mich in meiner Base suiciden? Irgendwer pippet sich grad nach Hause. Ich nicht. Kann sein, dass jemand von der Mitte sich nach Hause zu spät. Ich glaub das sogar. Ne, Mitte ist kein Ausseherz. Oder jemand hört sich von irgendeiner anderen Base nach Hause zu spät, weil gelb ist ja leer. Ähm, grün? Hast du gekillt? Ne. Ich hab ein halbes Herz gehabt. Komm, muss ihn trotzdem noch. Okay, grün will Stress. Eins, tot, zwei, tot. Oh, das ist... Mann! Mate! Ich bin jetzt gestorben, weil mein Mate in mich hineingelaufen ist und der... Mann, Digga, Paluten. PvP, komm, lass das hochbauen. Du stirbst durch Fallschein. Ist dir das aufgefallen? Ne, wie es ausschaut nicht. Ich bin nicht gestorben, weil ich Blocksafe gemacht habe. Und du hast ihn grad richtig gegeben und da kommt, glaub ich, noch einer. Ja, da... er bei uns bett. Ja, bei uns auch Manny. Ja, wow. Mann, komm, es ist halt so unfair und so lächelig. Weißt, Blau mischt sich einfach mal ein, währenddessen Grün auf uns geht. Es mischt sich Blau einfach ein. Und meint auf richtig Barber. Gut, dann muss ich wohl auf alle schwitzen. Auf Kopfhäps auch? Grün darf, darfst auch. Aber wir kippen uns einfach jetzt. Ich bin tot. Ist so ein trauriger Moment. Da hochlaufen? Ne. Mich hat der runtergeschubst und weil keiner aufs Wetter aufpassen kann. Weil Maid zu inkompetent. Ich keine kann aus dem Maid aufpassen. Oh, Blau. Okay, Blau ist weg, dann geh auf Grün. Ja. Ich muss doch schon ein paar Kopfhäps holen. Grün ist das, ne? Welche Seite ist das nochmal? Oh, Blau, Alter. Mach schon mal. Äh, links, ne? Ne, schaft Blau nicht. Das ist einfach. PvP-Pale, du bist wirklich nicht der beste in PvP. Er will in Suicide und verkackt bei Suicide. Und er war neben ihm. Sieh das einfach mal an. Sieh das einfach mal an. Sieh das an. Du musst dir dann den Stream-Man anschauen und dann ein Best-Dev daraus machen. Mach ich auch dann. Nein, ich hab gesagt, nein. Geh hoch, geh von oben. Pass auf, pass auf. Ich bin weg. Okay, okay, okay. Okay, nice. Nice. Oben, oben, sneak. Ja, sie haben dich nicht gesehen. Da, baue, da. So viele. Hast du nicht Kopfhäps? Setz ihn, Kopfhäps, setz ihn, Kopfhäps. Nicht dich in Kopfhäps. Digga, du sollst nicht dich in Kopfhäps setzen. Ja, ich hab auf der Spawn geklickt, ne? Und dann hat sich der Kopfhäps nach rechts verschoben, weil ich nicht unter ihm platzieren konnte. Na gut. Na ja. Na ja, trotzdem. Ja, guckt aber in Stream wenigstens vorbei. Und nicht mal GG schreiben dann auch, ne? Na ja, bei euch bescheid. Keine Ahnung. Nächste Runde. Nach der Runde geh ich auf und du schaust dir den Stream an und machst den Best auf. Kann ich aber jetzt Maximum morgen machen, ist ja schon bewusst, oder? Ja, trotzdem Best auf. Daraus muss der Best auf machen. Das wird rein. Warte. Ich werde die Stelle nehmen. Ich werde die Stelle nehmen. Alter. Okay, aber zum Schluss müssen wir eine Runde jetzt noch rasieren. Ich werde dich dagegen trägen. So, okay, eher links. Blau. warum warum rutsch ich hab keine blöcke zu block safe gehabt war ich jetzt die ganze zeit gemütter kann das sein was war ich jetzt die ganze zeit gemütter kann das sein weiß ich habe ich vorher was gesagt ja vorher hast du was gesagt wann ich weiß nicht vorher hast du was gesagt wann weiß ich nicht intelligenz ist er ich finde es immer wieder lustig skill ist er oder hat sich koppel gesetzt wie ich wollte schon sagen wer das war um habe ein herz gehabt ich soll mir waren mal was zu wissen mitnehmen ne was glaube ich wird uns abgestaubt bei quadrics mit d mit t muss die auch mal einfallen mit 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 alles klar alles klar digga mit 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 er ist tot mit 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 h mit 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 Welche Base ist das? Ist das neben uns? Ähm, ja. Hier rechts neben uns. Der nächste Router kommt. Wo? Ah, da. Ähm, oben. Ich lauf runter. Let's game a YouTube high. Digga, das war grad richtig, da failed das Jahrtausends. Ähm, die sind gegenüber uns. Ähm, okay, wir haben Hack-Aim-Team. Wer weißt du das? Ich hab den gestorben. Entweder we dust du richtig, H3 mit Knockback-Taktik. Ähm, warte mal. Der Zurück-Aim-Play, weil der hat einfach kein Knockback bekommen. Hä, okay, ich dachte, eine andere H3, aber egal. Ist er oben noch und ist er tot. Keine Ahnung. Sieh in Chat nach. Oh, und Zurück-Aim. S3, RNX, YouTube, please add. Ähm, schlecht gedacht, weil ich gleich mit dem Stream aufhöre. Ähm, du kannst auch in-game. Router, zwei rote. In-game eingeben. Drei rote oben. Kannst du mich mal ausreden und lassen? Du kannst ein Flusszeichen in-game eingeben und dann kommst du zu meinem Namen. Achtung. Woher? Hä? Ja. Warte, wenn das jetzt der Typer, den ich glaube, das ist. Digga, ist ja doof. Digga, glaub sie sie nicht. Ja, wenn sie die ganze oben sind, dann müssen wir sie einfach von der Mitte aus oder so. Keine Ahnung. Wurde, ich wäre Gold, weil ich kann nicht Dauer-Defenden. Oh, und uns. Mein Move nicht gerade. Der, was ist der, was ist der? Ich glaube, der eine war nur Ablenkung, damit der zweite das Beta bauen kann. Ähm, da oben ist noch einer. Ja. Ich defend schon. Geh mit dir, bau mit dir, bau mit dir zu Gold. Ich will, ich will, ich will es haben. Lol, der hackt wirklich. Ja. So hart mit dem Schwert kann man nicht rein reducen. So hart wie der auch nicht. Der CC hast du gemeint, oder? Ich habe SuperXLP gemeint, dann haben wir noch gemeint, dass 2Fame4Vit hackt. Ja, ich weiß nicht, ob das Mouse Abuse war oder nicht. Und sah gerade nicht so aus. Aber diesen, was mir gerade auffällt, alle 3, wo wir gedacht haben, die Hacken sind in einem Clan. Ist wieder wer bei unserem Bett. Ja, unser Bett ist weg. Ich glaube, das ist ein Clan Wars Clan. Ja, gut. Ich glaube, die Schwitzung hat die richtige rein. Danke, Matt. Kann man so. Kann man so. Kann man so hat bei dem Lowcount verkacken gehabt wie der Typ da. Oh. aber um ist noch einer er hat irgendwas gesoffen oder so das war ich das war ich oder das weiß ich habe gedacht der aufbischt alter verkackt was erwartet sich neue kippen nee jetzt holen sie sich noch gold ne doch nicht dachte mir jetzt soll das aber auch nur von der mitte aus zu uns war er kann noch schiften respekt kann die ganze zeit noch schiften kann noch schiff verkackt aber ging noch nicht ich habe alles lebt zwei vielleicht ich gehe zu anderen reisen vielleicht kann ich nicht machen er weiß er springt runter und haut wieder ab und verkackt ich werde dich als ich bin tot irgendwo ist er gekommen irgendwo wow warum springen alle drunter und hauen wieder ab ich bin tot ich bin tot ich bin tot sie springen einfach zu wieder runter wahrscheinlich und dann haben sie wieder ab er hat der ganze klaren bedenken dass die nicht legit sind halt der halte ist in den bauklaren oder was einfach das ist floribu 44 du kleine schlawine ich glaube das sind sogar alle 3ts ja sie kommen jetzt zu dritt was soll ich ähm lol wie ge... hab einen drei sind tot drei sind tot weißt du wie viele herzensschaden ich genommen habe ich habe zwei herzensschaden genommen such drei leute ja gratuliere an die leute ja ähm ja kannst du zwar jitt heute nicht mehr weil ich dann jetzt aufhören werde nach der runde guck nochmal ob da irgendwas noch im stream läuft weil ich offen muss weil morgen schule ist und bla 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 ja und ich dann einfach offen muss wie gesagt ok ich glaube im stream wird nichts mehr sein und ja das heißt du kannst leider nicht mehr mitspielen aber nächstes mal kannst du safe mitspielen ja komm könnte ich auch tun glaubst du wirklich ich bin so 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 dumm und geh einfach da hoch weil ok haben sie da grad instant das abgebaut nochmal ja ja sie haben das instant abgebaut hä geht das ich glaub schon dann noch viel spaß ja der auch bro fast alle drei in der wirst du mir hart stecken ich bin gut kein abo kein abo kein abo zu finden ja gut ich bin jetzt damit ins hümen ich werde noch einen schönen abend oder schöne nacht ja keine abo drei stunden sie musste reichen und wir auch das gleiche eben das ja meine zuschauer die vielleicht noch dran geblieben sind ich hoffe es hat euch gefallen ja bis zum nächsten stream oder video dann ciao Auf Wiedersehen